Ja, das heißt, da gibt es kein, kein, so, jetzt drücken wir mal, so, ab jetzt werden wir aufgenommen. Okay, super. Ich muss noch einen Fragenkatalog nochmal. Das ist einfach nur zur Sicherheit. Übrigens, ich habe eine Serie mit Torhütern. Eine Serie? Ja. Sascha Rodemers, Markus Bröll, Evika, du, da ist aber noch einer, noch ein Torwart, ich weiß nicht mehr. Ich und Thomas Olszewski. Ach, Olszewski, ja klar, okay. Ich habe nur Torhüter. Du warst auch Torhüter? Nein. Achso, oder meinst ich? Nein, weil ich hatte in all meinen Mannschaften mit denen, also wo ich gespielt habe, mit denen ich am meisten Probleme hatte, war mit Torhütern. Ja, man sagt ja immer, Torhüter haben wir in der Waffel, ne? Ja, gut. So, weißt du was? Ich starte mal. Machen wir. Hallo und herzlich willkommen zu Reingerufen, dem Podcast für den Amateurfußball, Folge 48. Ja, heute ein weiterer Torhüter. Ich freue mich unheimlich, Thuna Bilgen hier begrüßen zu dürfen. Ehemaliger Torwart, heutiger Trainer von Grün-Weiß-Brauweiler. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke Christian für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Gerne, gerne. Lassen wir direkt mal, also das Übliche, ich gehe mal ins Internet und gucke mal, wer ist das überhaupt? Ja, klar, man guckt dann bei FUPA, bei Transfermarkt, da steht dann, ich weiß nicht, 2000, boah, wann war es? 12, 13 hast du in Brauweiler angefangen oder war es 11? Ich weiß es nicht mehr. Also FUPA fängt ja glaube ich 12, 13 an oder 11, irgendwie sowas. Also ja, ich bin seit 2007 im Brauweiler. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ja, also zum Fußball gekommen, da muss ich dann glaube ich erstmal weit ausholen. Also erstmal vielleicht ein bisschen was zu mir. Ich bin 88 in Köln geboren, Uniklinik, habe einen älteren Bruder. Auch Fußballer? Auch Fußballer, der hat auch im Brauweiler gespielt, kann ich später ein bisschen was zu sagen. Also ja, acht Jahre älter als ich. Und wir haben dann, oder meine Eltern sind dann, als ich zwei war, nach Puhleim gezogen. Wir haben vorher in Korweiler gewohnt, habe ich natürlich nicht mitbekommen, weil ich noch, wie gesagt, ein bis zwei Jahre alt war. Und dann sind wir nach Puhleim gezogen und zum Fußball gekommen bin ich, glaube ich, eigentlich auch durch meinen Bruder, glaube ich. Weil der, als ich schon, also als ich klein war noch, oder gerade mal laufen konnte, immer irgendwie, ja, seine Figuren hatte, so mit Wrestling-Figuren, Fußball gespielt hat, eine Murmeltore aufgebaut, dann im Garten immer gespielt hat und sowas. Und seine, der hatte auch so Mappen, das weiß ich noch, mit so selbst gemalten Trikots, immer Heim- und Auswärtstrikot. So, irgendwie die Schablonen ausgemalt, dann die Farben, ne, Bundesliga, dann auch europäische Clubs und so. Da habe ich alles mitbekommen, als ich klein war, ne. Ja, und allgemein auch meine Familie, Fußballfamilie ist, oder Fußball begeistert zumindest, ne. Jetzt nicht so, dass mein Vater Trainer war oder so, aber mein Vater hat auch in der Türkei damals Fußball gespielt. Ähm, ist auch dann, ähm, nach Deutschland gekommen, um Sport zu studieren, also in der Sporthochschule Köln, dementsprechend auch Sportlehrer dann, ne. Also quasi Familie, Sport, Blut. Ja, Sport, Blut, kann man sagen, so, ne. Und, ähm, genau. Und so bin ich, glaube ich, dann, das waren so meine ersten Schritte eigentlich, ne. Klar, dann zu Hause, mein Bruder, wie gesagt, der, ähm, ja, viel gespielt haben. Ähm, natürlich auch später dann auf der Straße, Garagenhof, ne, das, was du auch alles kennst, ne. Immer, ähm, mit, äh, harten Bällen, mit weichen Bällen, dann Nachbar kommt raus, schreit und was weiß ich alles, ne. Also komplette Programm, ähm, aber so die Schritte zum Fußball an sich, also ich bin dann, ähm, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, aber es war halt so Bambini-Zeit, ähm, hatte ich zwei, drei Freunde, die in Pulaim, äh, dann bei der Bambini waren. Und dann hat meine Mutter oder mein Vater mich, glaube ich, dann damals zum Training gefahren, das weiß ich noch, also das vergesse ich eigentlich nicht so, ne, ähm, da war die Halle von der Realschule in Pulaim, da war der, da war Trägen der Bambini und da war ein Mann, der hieß Herr Ort. Und der Herr Ort war so, ist, glaube ich, für alle Pulaimer, die das hören, äh, jemand, der, ähm, oder alle Pulaimer haben, glaube ich, bei dem angefangen, Fußball zu lernen, ne, so ein kleiner Mann mit Brille, ähm, eigentlich auch eine absolute Legende. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, keine Ahnung, ne, aber Herr Ort war so derjenige, der damals allen das Fußballspiel beigebracht hat und auch dann mir in dem Fall. Und mein erstes Training war aber dann irgendwie, äh, ja, nicht so wie erhofft. Ich bin halt hin und dann irgendwie, glaube ich, heulend zurückgelaufen, ne, also, war nicht so irgendwie dann plötzlich, äh, so, ne, und, äh, hab dann aber dann in Pulaim angefangen zu spielen. Ja, ich glaube, F-Jugend, äh, ja, F-Jugend war das dann, glaube ich, ähm, E-Jugend. Da haben dann, ähm, von einem meiner besten Freunde, der Vater war Trainer, also wir hatten zwei Trainer. Einmal der Vater von meinem besten Freund und noch ein anderer Trainer. Ja, und bei denen habe ich angefangen, in Pulaim auf der Asche, ne, und, äh. Direkt als Torhüter, oder? Ne, ich habe als Feldspieler angefangen. Ja, ich war Feldspieler, also, ähm, ich kann mich sogar noch ein bisschen erinnern, also, ich kann mich nicht an viel erinnern im Feld, aber so ein paar Sachen habe ich im Kopf, äh, zum Beispiel damals hatten wir ein Turnier in Ephraim auf der Asche, das weiß ich noch, da kann ich mich noch daran erinnern, ne, dass ich da, äh, im Feld gespielt habe und der Wechsel ins Tor kam aber, ähm, relativ schnell, weil wir hatten, ähm, das werde ich auch nicht vergessen, also, das ist auch so eine, ähm, ja, so eine Erinnerung in meinem Kopf, ne, wie ich ins Tor gekommen bin. Wir hatten damals, ähm, wir hatten einen Torwart, der, der Sohn vom Trainer war auch, ähm, der war unser Torwart, und der ist dann, ähm, plötzlich ausgefallen. Und wir sollten am Wochenende auf dem alten Platz in Widdersdorf, den du auch noch kennst, ne? Ja, da war der Parkplatz dahinter, ne? Der Parkplatz dahinter, und... Parkplatz, ein bisschen die kleine Treppe hoch, und dann war das dieser Rasen... Ja, der, 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 der Sechzehner war aus Asche, genau, und der Rest aus Rasen, das war der alte... Boah, ich kriege gerade Gänsehaut, geil. Das war der alte Platz in Widdersdorf, und da hatten wir ein Turnier, auf diesem Platz sollten wir ein Turnier haben, und wir hatten dann, glaube ich, pff, ich weiß nicht, wann, Freitag, Donnerstag, so eine Art, nicht Abschlusstraining, das war das letzte Training vor diesem Turnier halt, ne, und, äh, wir hatten uns da irgendwie auf dieses Turnier gefreut, und die Eltern alle auch schon Vorbereitungen, ja, wer bringt Kuchen mit, wer bringt Salat mit, und was auch immer. Und, ähm, dann war die Frage, wer geht ins Tor, ne, hat der Trainer dann die Frage gestellt im Kreis, wer geht ins Tor, und ich hab einfach meine Hand gehoben, aber ohne irgendwie drüber nachzudenken, ne, und dann, ähm, hat der gesagt, ja gut, Tunner, geh mal ins Tor, stell dich mal rein, wir testen mal ein bisschen, ne, hatten irgendwie Schüsse aufgelegt, alle geschossen, ich dann kurze Klamotten auf Asche, ne, und dann kam da ein Schuss nach dem anderen, ich hab mich da irgendwie reingeworfen in die Bälle, ne, und dann hieß es, ja, du gehst ins Tor, so, und dann, ähm, hatten wir das Turnier im Widdersdorf da, ne, und das war mein erstes Mal im Tor, und, ähm, ich weiß nicht mehr, ob das erfolgreich war oder nicht, aber ab dann, äh, hat dann quasi meine Laufbahn, Anführungszeichen, ne. Kann ja, kann ja nicht schlecht gewesen sein. Als Tor hat angefangen. Sonst wärst du ja nicht weiter Tor. Ja, ja, das waren so die ersten Schritte, ne, also so hat's angefangen, und dann kam schon, weiß ich noch genau, also ich war immer FC-Fan, ne, klar, Familie, mein Bruder, ich, dann immer, klar, von klein auf schon FC, aber dann kam so, dann hab ich irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, Geburtstag oder wann auch immer, hatte ich dieses, ähm, Oliver Kahn-Trikot bekommen von Adidas, dieses, äh, blau-schwarze mit diesen Mustern drauf, und hier haben Kragen so eine Unterschrift von Oliver Kahn, Torwart-Handschuhe, Torwart-Hose und so, ne, und dann, ja, war ich so mittendrin, ne, da war ich gefangen, so irgendwie, und, ähm, so hat das angefangen, ne, und dann, ähm, war ich dann sozusagen mit dem anderen Torwart zusammen, hatten wir zwei Torhüter, was dann auch, glaube ich, eine Jugend, äh, Luxus, ich weiß nicht, wie es heute ist, habt ihr kein Bild von, aber wir hatten halt zwei dann, ne, und dann, ja, war dann, ich glaube, das war auch die E-Jugend, ähm, da war es dann immer so, ja, wer spielt, dann hat man, glaube ich, mal gewechselt oder so, ne, und, ähm, der, wie gesagt, der andere Torwart war halt der Sohn von, von einem der Trainer, und das waren so die ersten Anfänge, ne, und das war noch Kleinfeld damals, ähm, klar, Kleinfeld, ähm, und dann hatten wir, das ist auch eine Erinnerung, die so in meinem Kopf geblieben ist, ne, äh, auch eine Erinnerung, die irgendwie sowohl schöne als auch enttäuschende Sachen hatte, ne, das, ähm, wir hatten damals ein Hallenturnier im Pulheimer SC, das war, also wo das war, weiß nicht mehr, ne, aber da waren auf jeden Fall auch, auf dem Papier waren wir die, einer der schlechteren Mannschaften, da waren halt gute Mannschaften dabei, ne, ob es jetzt der FC war oder so, weiß ich nicht mehr, aber jedenfalls auf jeden Fall gute Mannschaften, ja, und wir haben dieses Turnier gespielt, und das war halt so ein Rhythmus immer, ähm, dass wir uns abgewechselt haben, ne, ein Spiel durfte ich spielen, ein Spiel der andere, und, ähm, ja, und dann ist das Turnier halt für uns doch erfolgreicher gelaufen als gedacht, wir haben jetzt keinen Pokal bekommen oder so, aber wir haben trotzdem eine gute Rolle gespielt, und ich hab da wirklich, also so an dem Tag alles gehalten, ne, irgendwie in der Halle, und, ähm, nicht, weil ich es bin, aber ich war halt an dem Tag besser als der andere Torhüter, ne, war halt irgendwie so offensichtlich, und, ähm, ne, war nur an dem Tag so, nicht, dass ich irgendwie jetzt da sagen will, ich war halt immer besser, aber an dem Tag war ich halt wirklich gut drauf, hab alles gehalten, und dann gab es danach trotzdem eine Siegerehrung, und da wurden ja dann, klar, die, ähm, erste, zweite, dritte Platz vergeben, und dann gab es aber auch, glaube ich, bester Torschütze und bester Torhüter, ja, und dann war zu dem Turnier der, ähm, der alte DFB-Präsident, äh, Egidius Braun, ja, der lebt nicht mehr heute, ähm, der war aber damals DFB-Präsident, und der war da zu Gast, und der war derjenige, der da auch die Trophäen überreicht hat, ne, und, ähm, ja, und dann hieß es dann bester Torwart, und dann der, der das dann mit dem Mikrofon ausgerufen hat, und dann, ja, bester Torwart, Pulleimer SC, ne, und dann alle am Klatschen, und dann stehst du aber da, und du bist ja zu zweit, ne, und wer war jetzt bester Torwart, ne, das war so dann so ein komisches Gefühl, ne, in der Luft, oder wie auch immer, und dann, ähm, ja, sind wir beide nach vorne, zu zweit dann, ne, und haben dann auch, ähm, die Medaille bekommen, und der beste Torwart hat damals, sollte einen Trainingsanzug vom FC bekommen, der hing da so, ne, als, äh, Preis, und, ähm, klar, du bist ein Kind, äh, du bist FC-Fan, und du willst diesen Anzug, ne, und, ähm, dann kam, war der Trainer, also der, der Trainer zu mir, und, äh, wie gesagt, auch gleich seit Schwarta von dem anderen Torwart, und sagte dann irgendwie, genau ein Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber so nach dem Motto, ja, Tuna, hör mal, mein Sohn ist auch FC-Fan, und, ne, der würde sich riesig freuen, wenn der den Anzug kriegen würde, ne, und ich konnte da nichts sagen, stehst du, sagt man ja auch als Kind nicht, ne, ich war halt irgendwie so versteinert, ne, ich konnte nichts sagen, und, ähm, hab dann irgendwie genickt, war aber traurig eigentlich innerlich, ne, und, ähm, ja, und dann hat der andere Torwart den FC-Anzug bekommen, und genau in dem Moment hat mich der Agilus Braun angeguckt, ne, und dann, ähm, war die Siegerehrung vorbei, und dann ist er zu mir gekommen und meinte, hör mal, wo sind deine Eltern, oder mit wem bist du hier, und dann hab ich gesagt, ja, da oben sitzt meine Mutter, und, ähm, ja, hol die mal bitte, da ist meine Mutter runtergekommen, und, ähm, da hat meine Mutter irgendwas auf dem Zettel geschrieben, und dann sind wir nach Hause gefahren, ich war halt traurig, ne, und dann meinte er, hat mir noch gesagt, hör mal, ich, du kriegst von mir was anderes, aber ich konnte damit nichts anfangen, ne, ja, ja, für mich war der Tag gelaufen, ich saß im Auto, und schlechte Laune, und hin und her, und dann hatte ich das irgendwie, klar, dann, ne, bist du traurig, paar Tage vielleicht, das nimmt einen mit, ne, und dann, ähm, geht so die Zeit weiter, der Alltag, sag ich mal, oder der Kinderalltag, ne, und, äh, irgendwann, ich weiß nicht wann, ein, zwei Wochen später, oder zwei, drei Wochen später, waren wir zu Hause, und, äh, mit meiner Mutter, äh, mein Vater, mein Bruder waren nicht da, und, ähm, hat's geklingelt, und normalerweise hab ich die Tür nicht aufgemacht, aber ich weiß nicht warum an dem Tag, ich bin einfach zur Tür gelaufen, hab die Tür aufgemacht, und dann stand so ein, ähm, wie so ein Postbote, aber so ein Privater, irgendwie, ne, an der Tür, mit so einem riesen Karton, also, plötzlich war ein riesen Karton vor mir, und der Karton war größer als ich, so gefühlt, ne, also, und ich wusste halt nicht, was es ist, da meinte er, ja, hier ein Paket für euch, und so weiter, ne, und dann ist meine Mutter gekommen, hat das Paket angenommen, und ich hatte aber alles schon vergessen, ne, was davor passiert war, ja, und dann bin ich ins Wohnzimmer, und dann hat meine Mutter den Karton vor meinen Augen aufgemacht, und da war halt, ähm, vom DFB alles drin, was du dir vorstellen kannst, also das originale Trikot, äh, Deutschland-Trikot mit Nummer 8, ne, dieses mit den drei Querstreifen, schwarze Hose, weiße Stutzen original, dann Socken, Handtuch, Tasse, Wimpel, also das war alles, was du dir vorstellen kannst, das war halt dann mein Geschenk von Egidius Braun, ne, wo er sein Wort gehalten hat, so, und das war eine Sache, so, die ich auch, ja, nicht vergessen hab. Geil. Ja, ja, das war so ein Erlebnis, was dann, äh, ja. Darf ich dich, du bist lange genug im Fußball unterwegs, glaubst du, dass heute so eine Geschichte nochmal passieren würde? Also, meine spontane Antwort wäre jetzt nein, ne, klar, weil, weil ich glaube auch, dass das gar nicht mehr so zustande kommen würde, ne, so wie es damals zustande gekommen ist, ähm, und, ähm, auch, ich glaube heute, vielleicht das komisch klingen mag, aber ein DFB-Präsident, der da ein Trophäen überreichen würde, vielleicht auch gar nicht mehr dieses, diese Empathie entwickeln würde für ein Kind, ne, also man hat das in den Augen von dem gesehen, ne. Ich find die Geschichte einfach mega. Ja, ja, also der hat das, äh, der hat das gesehen, was da vor sich ging und, ich glaub, dann auch einen Gerechtigkeitssinn gehabt und ohne den überhaupt gekannt zu haben, ne, war das für mich so irgendwas, was mich immer so mit dem verbunden hat, wenn ich ihn mal im Fernsehen gesehen hab, ne. Ja, klar. So, also in meinen Augen als Kind, ne, und auch dann als Erwachsener dann später, wo ich dann immer den gesehen hab und dann irgendwie so, okay, das ist ein guter Mensch, ne. Darf ich dich, bist du dann mit dem Trikot und dem, bist du da zum Training? Weil, ich sag's da ganz ehrlich, ich wäre dann so einer gewesen, der hätte gesagt, ja, jung, ganz den Scheiß, Adidas, den Trikot vom FCH, komm, was ich hier habe. Ne, ich bin nicht mit dem Trikot zum Training, ich weiß es noch ganz genau, weil klar, wir hatten ein Training auf der Asche, das war halt das weiße Trikot, ne, Nationalmannschaft-Trikot und, ähm, ich hatte aber das Trikot zu Hause und hab aber das allen meinen Freunden erzählt, ne, als ich dann zum Training kam, ich war natürlich stolz auch da. Klar, darf man doch, oder? Ja, ja, so als Kind natürlich auch wichtig, glaub ich, dann stolz zu sein, ne, in dem Moment und, äh, das war halt, äh, für mich dann so ein Riesending, was mich dann irgendwie auch so, ja, ich will nicht sagen, so beflügelt hat, aber das war nochmal so, irgendwie auch so ein Zeichen, so, ne, du hast was bekommen für deine Leistung, ja, so. Deswegen ist das so eine Geschichte, die mir nie aus dem Kopf geht. Ich find die, ich find das, alleine deswegen war es gut, dass du hier hingekommen bist und wir die Podcast gemacht haben. Ja, das ist so eine Geschichte, die halt im Kopf ist, ne? Hatte ich das dann für deine weitere Karriere, ich sag immer Karriere, also, bei mir ist, ähm, hat dich das dann beflügelt? Hat das dir so den, man braucht ja manchmal so einen Schubser in die richtige Richtung. Ja, doch schon, also ich war halt schon jemand, der immer so einen Hang auch zu so, ähm, nicht Hang, aber ich hab ja immer so ein Gespür, so eine Liebe auch zu so Trikots von verschiedenen Vereinen, ne, auch Nationalmannschaft, Deutschland, Türkei, ne, Türkei auch natürlich, ähm, und das war für mich so ein Ding, auch allein so ein Paket zu haben, wo so Wimpel, Handtücher drin sind, das war für mich immer so ein Riesending, ne, früher, für mich war das das Größte, auch später als erwachsener Spieler irgendwie neue Torhandschuhe auszupacken, mit Folie drauf oder neue Klamotten, das war immer so was, was mich auch heute noch oder bis zu meinem letzten Jahr als Spieler immer so, ähm, ja, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Und deswegen hat mich das schon beflügelt, auf jeden Fall, also, es war halt irgendwie auch ein Turnier, wo du halt dann, wo du halt besser Torwart warst, ähm, ja. Wie ist das denn danach weitergegangen für dich? Hast du, ähm, ja, ähm, Torwart, wie ist das dann weitergegangen? Also, du bist ja nicht ewig dann, ich sag mal, zweiter Torhüter, sondern irgendwann, ja, setzt sich, also, muss sich ja deine Qualität durchgesetzt haben, ne, weil... Ja, also, da muss ich auch, ähm, ja, wie, also, ich würde da dann mal so weitererzählen, wie die Zeit im Poolheim erstmal war, ne, weil jetzt rückblickend gesagt, ähm, also Qualität ist immer so eine Sache, ähm, was ist Qualität erstmal? Ja, du musst ja was mitgebracht haben, ähm, was, wo, ja, was dich auszeichnet. Ja, das, das habe ich auf jeden Fall, ähm, glaube ich schon, ähm, das glaube ich schon, aber, ähm, ich war halt jetzt rückblickend gesagt, ähm, dafür könnte ich aber auch erzählen, wie meine Jugendjahre in Poolheim waren, ich war kein Torwart, der, ähm, der wie andere Torhüter eine gute Ausbildung hatte, okay, das war ja früher, ne, der auch von seiner Größe her eigentlich kein Torwart war, ne, und ich war auch immer ein Spieler, also auch in meinen Jahren im Tor immer ein Spieler, der eigentlich sehr gerne im Feld auch gespielt hätte, ne, und, ähm, das war, das war halt so, ne, aber die Jahre in Poolheim, ähm, ging's dann weiter und ich hatte auch dann, ähm, in der, ähm, im ersten Jahr C-Jugend, glaube ich war das, also D-Jugend habe ich dann weitergespielt und im ersten Jahr C-Jugend, ich weiß heute nicht mehr warum, aber hatte ich so einen kleinen, ähm, Knick, sag ich mal, ne. Das ist ja das berühmte Alter, ne, C-Jugend. Genau, ich habe mir Gedanken gemacht, ne, willst du Fußball spielen noch, ist das Richtige, dann hast du irgendwie ein paar Freunde, die, keine Ahnung, draußen rumhängen oder was anderes machen, dann hatte ich zwei, drei Freunde, die beim Poolheimer Boxclub waren und dann habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ne, also habe ich irgendwie gesagt, ähm, ich höre jetzt auf mit Fußball und gehe jetzt boxen, so total im Film gewesen, ne, aber, ähm, beim Boxen dann gemerkt eigentlich, dass es überhaupt nicht dasselbe ist, ne, also ich war da, habe da trainiert, aber ich habe gemerkt, es macht mir keinen Spaß, ne, warte mal, ich muss mal ganz kurz, ja, bin direkt wieder da. Kein Problem. Oh, stehen geblieben. Weißt du noch wo, oder? Weiß, muss mal ein Foto dazwischen machen. So, so ist das. Ah, Ton war da, okay. Ton nimmt er hier auf, das ist, äh, okay, okay, dann kriegt man, aber, ja, keine Ahnung, die hat ja, so, Boxclub. Genau, dann hatte ich, wie gesagt, so eine kurze Krise, jetzt nach, im Nachhinein gesehen, ähm, dann habe ich mich da beim Boxen, ich weiß gar nicht, ob ich angemeldet war, aber auf jeden Fall pulle ich mal Boxclub mit ein paar Jungs, immer dann so, äh, keine Ahnung, Seilchen springen, ne, Training, Sparring, aber ich habe nie keine Kämpfe gemacht oder so, ich habe auch relativ schnell gemerkt, ich bin jetzt nicht der Talentierteste, ne, ne, und auch ganz anderes Training, also du campst ja dann für dich selber, klar ist mit anderen, aber dieser Teamsport, ne, war halt irgendwie auch nicht mein Ding, so, ich war da, glaube ich, dann acht Monate oder so, ähm, bis ich dann gemerkt habe, nee, ich muss zurück, das war halt dann so, der Moment, wo ich zurück bin und das war dann, glaube ich, Ende C-Jugend oder so, und, ähm, da war ich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ne, welche Mannschaft das war, C1, C2, ich weiß nicht mehr, ne, und dann, ähm, hatten wir, ähm, dann kam die B-Jugend, das ist das, was ich heute in Erinnerung habe, also B-Jugend kam dann und das war erste Jahr B-Jugend, da hat unsere, da waren wir in der, haben wir in der Verbandsliga gespielt, ähm, mit einer auch relativ guten Mannschaft, eigentlich gute Jungs, die auch später hier und da, ne, höher gespielt haben, sehr verrückter Trainer, wirklich einen verrückten Trainer gehabt, äh, und wir sind da in dem Jahr, ähm, im Endeffekt abgestiegen, um das abzukürzen, ähm, ich habe da aber auch sehr wenig gespielt, ne, ich hatte einen, äh, Torwart, ich glaube, Dirk Müller hieß der, der die Nummer eins war, der auch besser war als ich, muss man einfach sagen, ne, zum damaligen Zeitpunkt, vor allem auch dann, ähm, wo es noch nicht so wichtig war, wie du als Torwart in der Lage bist, hinten rauszuspielen auf Asche und so weiter, der war halt athletischer als ich, ne, größer als ich und, ähm, da hatte ich halt wenig Chancen, hab dann auch wenig gespielt im ersten Jahr B-Jugend und dann, ähm, sollte das zweite Jahr B-Jugend kommen, das wäre dann Bezirksliga gewesen und, äh, zu dem Zeitpunkt war unsere A-Jugend auch in der Bezirksliga und da war der Carsten Hemsat, war A-Jugend-Trainer bei uns, ne, und, ähm, die hatten nur noch einen Torwart, der hat mich dann angesprochen und meinte, hör mal zu, ich habe einen Torwart, aber ich möchte noch einen zweiten dazu haben, kannst du dir vorstellen, jetzt schon das Jahr A-Jugend zu spielen, ne, dann bin ich im zweiten Jahr B-Jugend, bin ich dann, äh, in die A-Jugend gekommen, ne, hab dann drei Jahre im Endeffekt A-Jugend gespielt. Aber geschadet, also rückblickend, sagst du, äh, hat mir geholfen oder eher nicht geholfen? Ähm, ja, doch schon, also vor allem, ich kann mich an das erste Jahr erinnern, da waren dann natürlich die älteren Jahrgänge, ne, da war auch, ähm, da waren auch zwei Jungs, mit denen ich dann später im Brauwelle gespielt habe, also Raphael Polacek und Dominik Bockert, ähm, die waren da noch ein paar andere Jungs, die ich kannte, aber die waren alle ein, zwei Jahre älter, zwei, drei Jahre älter als ich, und da kam mir das schon, die Körperlichkeit war halt einfach anders, ne, und du bist dann im Tor, ähm, du hast die ganze Jugend kein Tortraining gehabt, ne, und, äh, dann hast du da immer deine Schoner angehabt, Knie-Schoner, Ellbogen-Schoner, äh, plus ich habe auch dann irgendwann zugenommen in der Jugend, ne, ich war auch nie der Dünnste, also ich habe auch immer gern gegessen, klar, aber, ähm, wie gesagt, ich war nie irgendwie so super ausgebildet, super athletisch, oder das war nie meine Stärke, ne, und deswegen hatte ich halt in der Jugend Probleme, sage ich mal, auch auf viel Spielzeit zu kommen, und das war aber ein Jahr beim Carsten Hemsert, wo es trotzdem sehr Spaß gemacht hat, ne, ich hatte halt, wie gesagt, ältere Mitspieler und, ähm, konnte da viel Erfahrung sammeln, auch, habe auch da meine Spiele bekommen, ähm, vielleicht jetzt rückblickend, ich weiß nicht wie viel, aber so über die drei Jahre gesehen habe ich schon, oder die ersten zwei Jahre habe ich schon so meine 50, 40, 50 Prozent gespielt wahrscheinlich, ne, aber das war damals alles auch im Tor, ähm, eher Zufall, weil du halt, wenn du kein Tortraining hast, ist jede Flanke, die kommt, jeder Schuss, der kommt, ist Zufall, ob du den Ball festhältst, ne, also das sind keine Abläufe, ja, da hältst du mal vielleicht mal einen super und kriegst danach irgendein Gurkentor rein, ne, weil du halt, ja, das Training nicht hast, die Abläufe nicht hast, ne, wie, wie stellst du dich, ne, wie springst du ab, mit welchem Bein springst du ab, in welchem Winkel springst du ab, und all die ganzen Sachen, die du halt im Tortraining lernst, ne, überhaupt mal, und das habe ich halt alles nicht gehabt, deswegen hatte ich mal gute Spiele, mal katastrophale Spiele und so war eigentlich dann die Zeit, ne, und, ähm, ja, dann zweite Jahr Bezirksliga-A-Jugend, ähm, bei Herr Hemsat, wir haben immer Herr Hemsat gesagt, ne, damals war kein Du, es war immer Herr Hemsat, äh, dann, bis ich ihn dann später gesehen habe, als ich älter war und dann auch geduzt habe, aber früher war immer Herr Hemsat, ähm, und da habe ich dann auch ein paar Spiele gehabt, und dann kam ein Trainerwechsel, da hatten wir im letzten Jahr A-Jugend einen Trainer, ähm, ja, den Namen ist jetzt egal, aber er war ein Trainer, der kam nicht aus Pulheim, ähm, der war unser A-Jugend-Trainer, ähm, bei dem habe ich dann kaum noch gespielt, also fast gar nicht mehr, ich habe mal irgendwie zwei, drei Einsätze bekommen in der Hinrunde, ähm, aber ich habe auch da gar kein Vertrauen gespürt, ne, das war so, auch für mich eine Zeit, die rückblickend schon, ähm, in gewisser Maßen enttäuschend verlaufen ist, jetzt heute weiß ich natürlich, dass ein Trainer, ähm, vielleicht dahinter unbedingt keine schlechten Absichten hat, ne, aber, ähm, schon vor allem dann, denke ich, äh, wenn man mit jungen Spielern arbeitet oder auch mit jungen Spielern heute auch spricht, ne, oder ich spreche auch mit A-Jugend-Spielern, die den Übergang zu Senioren machen, dass man da schon ein gewisses Feingefühl an den Tag legen sollte, ne, was damals überhaupt nicht vorhanden war, es war eine ganz andere Zeit, ne, du kennst die Zeiten, die Zeiten davor auch, die noch rauer waren vielleicht, ne, du bist ja noch mal älter als ich, ein paar Jahre, ähm, aber es war trotzdem zu der Zeit, ähm, das waren, ne, 2005 oder 2006 und rum, das waren schon andere Zeiten, ne, und dann hatte ich da, in dem Jahr Bezirksliga, ähm, hatte ich eher, ähm, immer so das Gefühl, ähm, gut, du spielst nicht, ne, und, ähm, hab mich aber dann so immer so unterschwellig im Feld angeboten, beim Trainer, ja, also gesagt, pass mal auf, hier, wenn mal ein, ne, meiner fehlt, lass mich mal rein und keine Ahnung, dann hab ich damals, boah, das war, auf dem alten Rasenplatz in Rott, auf dem alten Rasenplatz, also mittlerweile Kunstrasen oben auf dem Hügel, hat ich dann mal, hab ich sogar von Anfang an gespielt, da bin ich angekommen, äh, keine Ahnung, gefühlt, dann bist du auch noch jung, ne, du bist nachts unterwegs und keine Ahnung, nicht geschlafen, ja, du spielst heute im Feld, Stürmer, Nummer neun, ne, ja gut, dann bist du natürlich, du hast jetzt viel geredet, aber jetzt musst du es zeigen, ne, und, äh, war auch nicht so der Fall, ne, und dann wurde ich halt immer wieder mal eingewechselt, so, und, ähm, ja, und dann hatte ich, ähm, ich glaub, letztes, vorletztes Spiel bei uns auf der Asche im Pulheim, haben wir gegen Wöselin gespielt, die waren Tabellenführer, und dann saß ich, wie die letzten Spiele auch, draußen, auch mit Feldspielerklamotten, hab irgendwie gewartet, dass der Trainer sagt, komm rein, für zehn Minuten, irgendwie, ja, so war das halt, ne, und dann saß ich da, und, äh, der Trainer hat mich gerufen, meinen Namen gerufen, stand 1-1, Wöselin war, wie gesagt, Tabellenführer, und dann hat er mich gerufen, tun wir, komm, ne, und ich hab dann irgendwie noch zu Jungs gerufen, ja, wenn ich ein Tor mache, hier, kriegt ihr das und das und keine Ahnung, was, Sprüchte gerissen, ne, klar, nach außen hin, du bist jung, man ist cool, ne, du willst keine Unsicherheit zeigen, ne, nach außen, und, ähm, bin ich rein, irgendwie in den Turm gestellt, und da hab ich, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, wir hatten, ich war im 16er, äh, Rücken zum Tor, alles voller Staub, Sommer, Asche, ne, und dann hab ich einen Pass bekommen, damals von einem Mitspieler von mir, Koray, äh, der auch dann im Rauler gespielt hat, später kurze Zeit, äh, hab den Ball irgendwie, ich war am Rücken zum Tor, wie gesagt, mit rechts angenommen, hab mich gedreht und war frei vom Tor, und ich seh nur, wie der Tor auf mich zuläuft, und ich tunnele den mit links, und der Ball geht rein. Ne, mach das 2-1-Siegtor da irgendwie im Feld, und dann riesen Traube, Staub, alle irgendwie auf mich drauf, und keine Ahnung, und das, ähm, ja, so war dann eigentlich die A-Jugend, ne, hab, wie gesagt, auch meine Spiele im Tor gemacht, aber ich war nie irgendwie, ähm, hatte nie so das Standing, dass ich irgendwie ein super, der super Rückhalt, super Torwart war, ne, ich hab, wie gesagt, meine guten Spiele gemacht, aber ich hab auch Spiele gemacht, wo ich, äh, Unsicherheiten gezeigt hab, ja, das war so die A-Jugend. Krass. Ja, so ist die A-Jugend verlaufen. Wenn du das, wenn du das heute vergleichst, ne, also, wir legen jetzt einfach mal so ein, so ein, so ein, so eine, wie sagt man nochmal, Blaupause auf die Torhüterposition von heute. Ja. Das wird's heute gar nicht mehr geben. Nee, überhaupt nicht. Sag mal, ähm, ja, spätestens ab der D-Jugend, ne, Torwarttraining, also ein Verein, der kein Torwarttraining hat, ist für einen guten Torhüter sowieso schon mal raus. Klar gibt's dann hier und da, ich bin auch der, der Meinung, dass ein Torhüter auch draußen mal spielen muss, also im Training hab ich das immer super gerne gemacht und hab gesagt, nee, heute, ähm, brauch mal keinen Torhüter, du musst draußen spielen, weil ich glaube einfach, dass es gut ist, wenn die Jungs, ähm, auch mal draußen spielen. Genauso geh ich auch schon mal hin und sag, ein Feldspieler geht ins Tor. Ja. Aber das ist ja gar nicht mehr zu vergleichen, ne? Klar. Ja. Absolut, also das stimmt. Das sind, wie gesagt, das waren Zeiten, ähm, da warst du als Torwart eigentlich eher auch so ein Einzelkämpfer. Ja, weil du hast ja kein Torwarttraining gehabt. Heute haben wir ja, also wenn du guckst, während die Spieler ihr Training haben, dann fängst du an, warm machen, was spielt, mal was Athletisches, gehst in Ballhaltübungen rein, was auch immer, hat der Torwart sein Torwarttraining. Was auch genauso wichtig ist, was ich später dann erst gesehen habe überhaupt, ne, ähm, was das bewirken kann. Und dann, ähm, genau. Genau. Und so war es halt damals, ne? Es gab kein Torwarttraining. Wir haben dann da uns warm gemacht, äh, wenn du überhaupt mal zu zweit warst, äh, auf Asche, wie gesagt, äh, immer, ne, mit Schonern und zu Hause Waschmaschinen kaputt gegangen, ne? Meine Mutter verzweifelt und, äh, neue Waschmaschinen und dann, bis ich später dann in Brauweiler auf der Asche mit, mit nassen Sachen von der Asche in die Dusche gegangen bin. Das war immer meine Art dann, ne? Ich hab immer mit den Sachen geduscht und dann erst mal so, ne, Wasser raus und dann, ähm, in den blauen Müllsack und dann nach Hause damit, ne? So war das später, ne? Überragend. Ja, ja, und in Pulleim war halt, die Zeit war so, ne? Und dann, ähm, hatte ich dann, wie gesagt, ähm, ja, das war dann, äh, dann ging es um den Übergang zu den Senioren. Genau, das war so, ne? Und wie gesagt, du hast auch einen Trainer, ähm, wobei ich davor noch vielleicht ganz kurz eine Geschichte auch noch, die fällt mir gerade ein als Feldspieler, so ein bisschen auch im Nachhinein dumme Sache war, ne? Aber kann man ja auch trotzdem erzählen, äh, hatten wir auch ein Spiel in Licht-Steinstraß, ne? A-Jugend, ähm, auf dem Rasen. Ich war draußen, Feldspieler wieder, ne? Wir hatten immer nur drei, vier Mann draußen. Ich war halt immer einer davon, die letzten Wochen der Saison, ne? Äh, wie gesagt, in der Hinrunde war ich noch richtig im Tor, aber dann die letzten Spiele, letzten Wochen war ich eigentlich konstant, so, ähm, als fünfter, sechster Mann Ersatzspieler, ne? Und dann, ähm, haben wir Licht-Steinstraß gespielt und dann ein Freund von mir, der, ähm, ja, mit dem ich auch später im Brauweiler gespielt habe, der auch heute noch ein Freund von mir ist, ähm, wir saßen auf der Bank und haben uns natürlich dann, ja, Trainer, keine Ahnung, hin und her, ne? Und dann beide gerufen, uns eingewechselt und wir haben dann ohne, also wir sind aufs Feld, wir haben, also auch dumm im Nachhinein, aber damals war es halt so, haben wir ohne einen Ball zu berühren beide glatt rot bekommen, ne? Dumm. Und dann gehst du vom Feld, ne? Und dann, äh, Trainer winkt ab und so, und so dumme Sachen halt gemacht damals auch, ne? Im Nachhinein, wo du denkst, so, was hast du da gemacht, ne? Aber du warst halt einfach frustriert. Ja, gut. Und hast das irgendwie rausgelassen, ne? Aber das muss man ja, ne, klar, A, man ist jung, B, das, was du gerade gesagt hast, finde ich halt wichtig. Da hat man in der Vergangenheit halt auch nicht drauf geguckt, ne? Also das war halt auch, ähm, ja, heute soll ein Trainer ein bestimmtes Handwerk mitbringen und da war es halt einfach so. Da war ja, glaube ich, die ersten Elf, die waren ja da immer gesetzt. Also die ersten Elf, die waren immer fix. Und das, was da hinten kam, das war dann halt das Gemüse, was dabei war, den richtigen Konkurrenzkampf. Also, wenn ich mich da zurück erinnere, den gab es dann halt nicht immer, sondern du warst dann, am Ende des Tages gab es dann die Lückenfüller und dass sich da auch mal so eine Portion Frust ansammelt, finde ich verständlich. Ja. Ja, so wie du es beschreibst, Portion Frust hat sich angesammelt einfach. So war das, ne? Also, genau so wie du es sagst. Also, jetzt im Nachhinein, wie gesagt, hat sich da, du bist jung, du willst irgendwie, ne? Klar. Und, ähm, ja, dementsprechend hat es auch enttäuschende Zeiten dann. Und dann, ähm, das war noch so eine Erinnerung, die mir gerade eingefallen ist. Äh, ja, und so waren die letzten Spiele auch, ne? Und, ähm, dann ging es dann um den Übergang zu den Senioren. Und damals war der Christian Gorek-Trainer im Pulheim, Kreis Jahr war das, glaube ich. Ähm, und dann hatte ich ein Gespräch mit meinem A-Jugend-Trainer, wo es darum ging, ähm, wie läuft das jetzt? Was mache ich? Ne? Und das Gespräch, die Initiative ging von mir aus. Also, es kam jetzt keiner auf uns zu und hat gesagt, Jungs, du, äh, ne, dahin vielleicht, oder du hierhin, oder du, pass mal auf, kannst bei der Ersten trainieren, ne? Heute ist das gang und gäbe, dass du da die Spieler versuchst einzugliedern und zumindest mal den Leuten, die auf dem Papier eine Chance haben, bei dir zu spielen oder zu trainieren, denen auch die Möglichkeit gibst frühzeitig, ne? Ähm, also so einen sanften Übergang. Ja. Das gab es ja damals nicht. Und dann, ähm, hat mein Trainer, wie gesagt, das weiß ich noch, also, das war, ähm, ähm, hat sich halt eingebrannt, ne? Da saß ich am Trainer, pass mal auf, Trainer, wie sieht's aus, ne? Ich möchte wissen, kann ich irgendwie mal bei der Ersten trainieren, ne? Oder was passiert jetzt? Ja. Und, ähm, da hat der mir gesagt, pass mal auf, Truner, ähm, ich möchte ehrlich zu dir sein, ne? Ich will dich nicht anlügen, äh, hin und her, ähm, Erste wird nix, ne? Du hast das Potenzial nicht, ich sehe für dich die Grenze in der Kreisliga B, hat er gesagt, ne? So. Das hörst du dann als junger Spieler, 17, 18 Jahre alt, und kriegst du gesagt, Grenze, Kreisliga B. Du glaubst das. Ja. Du glaubst das, weil du denkst, scheiße, Kreisliga B-Grenze. Aber glaubst du das auch, weil du vorher so ein schlechtes Feedback bekommen hast? Weil, ne, man, also ich sag mal, wenn du jetzt durchgehend im Tor spielst, ne, deine Partien machst und sowas, gehst du ja auch mit einem anderen Selbstverständnis. Ja, also, vielleicht war auch gesagt, du glaubst das falsch, aber zumindest mal, du zweifelst an dir, ne? Du bist ja als Fußballer, jeder gute Fußballer oder jeder Fußballer, der spielt, ist eigentlich immer in seinen Augen der Beste. Mhm. Musst du ja. Du kannst ja nicht als Fußballer sagen, ja, ich bin ja nicht so toll. Ich hab damals auch gedacht, ich bin gut, ne? Aber als ich das gehört hab damals, hat das, das war wie ein Schlag in mein Gesicht, ne? Weil ich dachte, du kriegst mal die Chance, bei der Ersten zu trainieren. Natürlich, damals war sogar Thomas Olszewski da im Tor. Also, ich wusste natürlich, was soll ich da machen? Ich bin irgendein Torwart, die haben da Thomas Olszewski im Tor, was soll ich da, ne? Aber zumindest dachte ich, ich kann da mal trainieren irgendwie und man wird da irgendwie rangeführt. Und ich war auch nicht der Meinung, dass ich schlecht war, aber ich hab halt erstens das Selbstvertrauen nicht gehabt, weil die A-Jugend halt so verlaufen ist, wie ich eben beschrieben hab und dann du sowas gesagt kriegst, ne? Und dann hast du natürlich als Spieler, junger Spieler, so ne, ich will nicht sagen Abwehrhaltung, aber du bedenkst dann so, ja gut, dann, du hast gesagt, scheiß drauf. Ja. Also, das war in meinem Kopf. Dann lassen wir es sein. Aber was ja auch normal ist, oder? Ja. Also, so war es bei mir dann, ne? Lassen wir es sein. Also, in der Abwehrhaltung und dann nach Hause gegangen und keinen Bock mehr auf Fußball und so, ne? Und dann hatte ich aber, da waren glaube ich noch zwei, drei Spiele zu spielen und da hatte ich trotzdem nach Überlegungen zu Hause gedacht, ich rufe den Christian Gorek selber an. Aber das war ein Kampf zu Hause, weil du hast, du weißt natürlich, Christian Gorek ist Trainer, Senioren, erfahrener Mann. Jetzt bist du irgendein kleiner Junge und du solltest da anrufen. Dann saß ich wirklich zu Hause und stundenlang hab gedacht, wie machst du das jetzt, ne? Was sagst du? Wie rufst du den an? Ja. Die Nummer bekommen und irgendwann gut zusammengefasst, auf Anrufen gedrückt und dann so ein paar halb, so halbgare Sätze rausbekommen. Ja, ich bin hier Torwart aus der A-Jugend, könnte ich mal hier vielleicht nicht mittrainieren, bla bla bla. Und dann war der zum Glück ehrlich und hat gesagt, nee, pass mal auf, Junge, ich hab den Thomas Oschewski, der ist hier klare Nummer eins und der, glaube ich, hatte noch einen da und das Thema war auch erledigt, ne? Aber es war zumindest geradeaus und auch ehrlich ohne rumeiern oder so, ne? Das heißt, dann war für mich klar, okay, Pulheim SC ist beendet. Und dann hatte ich, wie gesagt, auch nicht mehr so Lust auf Fußball. Dann hat ein Freund von mir damals, hat in Stommeln gespielt und meinte, ja komm doch mal Stommeln zum Training, komm einfach mal so, ne? Ich meinte, boah, nee, ich hab eigentlich keinen Bock, aber komm doch mal und so. Dann bin ich nach Stommeln einfach da hingefahren, da umgezogen, die alten Kabinen da im Freibad und dann auf der Asche Training gehabt mit dem Marc Scheitgen. Ja. Ja, der hat auch bei Gein früh im Tor gespielt und so, ne? Genau. Der war da zu der Zeit in Stommeln, hatte ich mit dem da ein bisschen, ne? Ein paar Bälle geschossen, warm gemacht und so. Und dann war ich da irgendwie zweimal trainieren, aber ich hab gemerkt, nee, das ist nicht das, was du machen willst, ne? So. Und dann, genau, und dann kamen die letzten, ich glaube, ein, zwei Spiele, A-Jugend noch, Saison, Saison, Endspurt. Dann war, glaube ich, letztes Spiel, vorletztes Spiel, auf jeden Fall zu Hause auf Asche, war ich wieder am Feld, ne? Und dann, ähm, saß der Ginead, äh, draußen, ne? Und, äh, der war unser Spiel am Gucken. Und dann war das Spiel vorbei und, ähm, ich kannte den so ein bisschen halt, weil er bei uns im Problem auch gespielt hatte und dann meinte er so, ja, was machst du nächste Saison? Und ich hab gesagt, ja, ich weiß nicht, glaub ich ja auch und so, ne? Meinte ich auch, ich bin eigentlich Torwart und so, ne? Und dann meinte er, ja, ich mach jetzt eine Mannschaft auf im Brauweiler, zweite Mannschaft, äh, wenn du Bock hast, ne? Komm doch zum Training und so, ne? Mit dem ein bisschen geredet. Ja, und dann, ähm, meinte er, genau, das war auch dann für mich auch so ein Punkt, wo ich dann so ein bisschen auch gesagt hab, okay, ich mach das, geh mal da hin, ne? Äh, ja, Raphael Polczek, Raphael ist auch da und so, der hat schon zugesagt und so, ne? Komm doch auch und so, ne? Ja, und dann, ähm, hab ich dann im Sommer, ähm, haben wir dann das erste Mal trainiert, mit der damaligen zweiten Mannschaft, wie gesagt, da war mein Bruder dabei, ne? Noch ein paar andere Freunde, so ein bisschen zusammengewürfelt alles, ne? Und, äh, aber das ist doch nicht immer schlecht, ne? Ne, gar nicht, überhaupt nicht, das war ja dann auch so ein Anfang einer, äh, sehr, sehr langen und, äh, schönen Reise auch, ne? Und erfolgreich. Erfolgreichen Reise auch, äh, für viele Beteiligte und, ähm, genau, und so hat das angefangen dann, der, der Übergang, ne? Und ich wusste eigentlich dann schon vom ersten Training, so, ähm, ja, das willst du machen, ne? Weil klar, du hast dann, äh, mit Juni halt einen Trainer, ne? Der war dann noch Spielertrainer zu der Zeit auch selber, ne? Und, ähm, 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 der einen auch direkt angesteckt hat, so, ne? Was auch so, ähm, ja, so, eine seiner größten Fähigkeiten, äh, ne? War damals auch so, Leute anzustecken oder wahrscheinlich auch heute noch ist, aber das war so ein Punkt, wo du halt direkt so ein Feuer bekommen hast, ne? So, ähm, wie gesagt, dann war es noch der Rafa, Dominik Bocker, die kannte ich, noch zwei, drei andere Jungs, mein Bruder, ne? Und dann haben wir so angefangen, ne? So haben wir da ein bisschen trainiert. Wie cool ist das? Haben wir so angefangen? Ja, ja, so war das, ne? So haben wir angefangen. Dann brauchen wir da als zweite Mannschaft, ne? Kreisliga C, neu gegründet, ne? Und, äh, wie gesagt, rückblickend halt wirklich eine schöne Zeit gewesen, ne? Und, ähm, das waren so die Anfänge, die ersten Trainingseinheiten, ne? Und dann... Hatst du da, hatst du dann da auch, oder, wenn ich es richtig rausgehört habe, so richtiges Torwarttraining hast du bis dato da nicht? Ne, hat das dann angefangen? In Brauweiler. Genau, also wir hatten dann, wie gesagt, dann das erste Training, ne? Und das war natürlich so damals, ähm, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer alles dabei war, aber es kamen dann auch, ähm, mit den Wochen immer mehr Leute dazu, ne? Auch Spieler, wo du wusstest, irgendwie, die können zocken, können kicken. Und, ähm, die erste war damals, ähm, in der Landesliga, da war der Philipp Obloch. Ja, den Namen war ich schon mal... Genau. Der war ja auch Torwart beim Christian Goreck, glaube ich, und der war dann Trainer der Landesliga-Mannschaft, ne? Und da hat der dann, ähm, die ganzen Brauweiler, die alten Spieler, die älteren Spieler hatten beim Goreck ja noch gespielt und ich glaube, der Junette war auch noch beim Goreck und beim Obloch vielleicht auch noch kurz oder weiß nicht mehr genau. Jedenfalls waren wir dann die zweite und, ähm, dann haben wir angefangen zu trainieren, ähm, dann hatte ich, ähm, ich glaube jetzt, ich will die Reihenfolge nicht vertauschen, aber ich meine, genau, so hat es angefangen. Wir hatten dann immer auf der Asche-Training als zweite, am Anfang ein paar Mal auf dem Rasen, aber die erste war immer auf dem Rasen, klar, ne? Wir waren auf der Asche-Training. Und dann hat der Junette gesagt, pass mal auf, ähm, da ist ein, äh, ich glaube, Jürgen hieß der, ähm, Tortrainer, ähm, geh rüber auf die Asche, mach da, äh, Entschuldigung, auf dem Rasen, mach da dein Tortraining und dann kommst du zum Abschlussspiel rüber zu uns, ne? Geil. Genau, und dann wusste ich, okay, heute erst Tortraining, ne? Also ich hatte im Poolheim so ein, zweimal Tortraining, aber das war eher so nix. Pilleballe. Ja, Pilleballe. Und dann habe ich zu Hause, weiß ich auch noch, das Tortraining werde ich auch nicht vergessen, meine Sachen gepackt, ne? Und dann, ähm, du wusstest, okay, Rasen, kurze Sachen kannst anziehen, geil, weil der Rasenbrauler war früher super, also wirklich, da war ja noch der Zeit kurz davor, wo die Damen noch da waren und so, also schöner Rasenplatz, ne? Und, ähm, man kannte auch ein bisschen die Mannschaft, ne? Da waren dann halt hier Falk Sturm, Stefan Cedo, Dennis Saab, Erd Tengeseck, äh, plus die Jungen, da war damals, die junge Garde war so, Benni Negemann, Jörg Wagner, ne? Piotr und sowas, da waren halt einige Spieler auch die halt. Was für ein Name. Ja, ja, genau, die hat zwar eine richtig gute Mannschaft war das damals, ne? Und für mich dann auch erst recht, ne? Weil ich, äh, dann von der zweiten komme und auch irgendwie, äh, ja, aus Pilleheim komme, wo nix lief, richtig, ne? Und, ähm, dann Tortraining, dann hatte ich, weiß ich noch, hatte ich irgendwie zwei Stunden vor dem Training gegessen, ne? Einfach gegessen, hingefahren, ne? So, halt, wie, wie man so war, ne? Und dann, äh, dann kamen die ersten Bälle und dann dachte ich, ach du Scheiße, was, wo bist du hier gelandet, ne? Also, der Jürgen, der auch dann, äh, wirklich aus drei, vier Metern da Granaten rausgehauen hat, ne? Und dann, ich hab das irgendwie durchgezogen, das Training. Ich hab beim Training schon gemerkt, ne? Kurz übel geworden, ne? Kurz vorhin auch gegessen, plötzlich irgendeine Anstrengung, die du vorher nicht so richtig hattest, ne? Also, wirklich so, ähm, ja, ein heftiges Erlebnis war, ne? Wirklich dann aus zwei, drei Metern in den Winkel und dann musst du, kommst, willst du dran kommen, kommst nicht dran, ne? Und dann irgendwie das Training überstanden, ne? Mit so Schwindel und sowas, ne? Und dann, äh, von da rüber auf die Asche, aber ich weiß noch, ich war euphorisiert, weil ich irgendwie gesehen hab, ach krass, so, so ist das eigentlich, ne? Und, ähm, genau, und dann, ähm, ja, hatte ich da immer die Möglichkeit, mitzutrainieren, ne? Torwarttraining mal mittrainiert, bei der ersten, klar, bei der zweiten die ganze Zeit, aber bei uns immer sowieso trainiert, bis dann der Junior auch einen Torwarttrainer besorgt hatte, oder was heißt besorgt, aber dann kam der Barbaros, ich weiß nicht, den kennst, Barbaros, der war dann so mein erster Torwarttrainer, ne, ähm, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, auch dankbar für jeden Torwarttrainer bin, der es gemacht hat, ne? Du bist 30 AC, Asche, Torwarttrainer, ne? Und dann, ähm, ja, hatte ich dann so eine Zeit, die erste Zeit, ähm, wie gesagt, wo ich dann auch bei der ersten immer trainieren konnte, ne? Und manchmal auch dann das Glück hatte, wenn der zweite Torwart, ähm, nicht da war, Abschlussspiel mitmachen zu können, ne? Und das hat richtig Spaß gemacht, weil du bist natürlich dann mit solchen Spielern, ne? Da fliegen die Fetzen, ne? Da Tempo, plötzlich Schüsse und das läuft wie ein Film ab, ne? Du springst rein in die Bälle und das war wirklich, also anders einfach, ne? So von, von, von Null auf so ein, direkt so ein Level, ne? Mit solchen Spielern auch damals und die Mannschaft war auch erfolgreich, ne? Zumindest irgendwie auch, glaube ich, in der Hinrunde, äh, erster Platz gewesen, es ging um den Aufstieg in die, ähm, Verbandsliga oder Mittelrheinliga, ich weiß nicht, bis es die Mittelrheinliga schon gab, aber auf jeden Fall Verbandsliga, dann eine Liga höher und, ähm, da saß ich dann auch mal drei, vier Mal auf der Bank, ne? Als zweiter Torwart, das war auch ein super Erlebnis, dann haben damals die Frauen von den Spielern, haben so, ähm, Kuchen gebacken, Stadionmusik, Stadionansagen gemacht und sowas, ne? War cool, ne? Ich bin dann gerne so in der Halbzeit ins Tor gegangen, hab eigentlich immer auf die Halbzeit gefreut, weil ich dachte, okay, geil, Halbzeit kriegst ein paar Bälle drauf, ne? Gucken da 20 Mann zu und du kannst, äh... Hast du, ähm, ich weiß nicht, ich hab das, wenn du dann nicht gespielt hast, konntest du dann, nee, meistens hat die, oder war das früher der Ablauf auch so, dass die erste... Genau, also ich hab beides gemacht, ja. Na, wenn du nicht gespielt hast, dann konntest du, hättest du ja dann, ähm, in der zweiten spielen können, ne? Aber ich weiß nicht mehr, war das früher so, dass erst die zweite und dann die erste gespielt hat, oder? Weil heute hast du ja, wird ja gerne so gemacht, dass der Spieltag, ähm, von den, die mehrere Mannschaften haben, auf einen Sonntag gelegt wird, damit, wenn du zum Beispiel auf der Torhüter-Position auch in der zweiten Mannschaft Probleme hast, dass dann sich der Torwart der zweiten Mannschaft ja auf die Bank setzen darf, ne? Wenn er nicht gespielt hat, da war er ja dann auch sicher auf die Bank... Ja, ja, so war das damals, ne? Also ich hab dann, ähm, ich hab dann natürlich bei uns gespielt und dann da auf der Bank noch gesessen, ne? So meine ich, war auch die Reihenfolge, müsste auch gewesen sein, ne? Weil anders wäre es nicht gegangen. Ich hab ja wie gesagt von in der, äh, als wir damals angefangen haben in der zweiten, die Spiele gemacht, ne? Ich hab ja gespielt, deswegen, ähm, es gab halt drei, vier Spiele, wo ich dann, äh, bei der ersten auf der Bank sitzen durfte, ne? Sozusagen. Und das war auch ein gutes Gefühl, also. Ja, klar. Aber da hab ich dann auch so ein bisschen auch gesehen, was Tortraining bedeutet. Deswegen hab ich's eigentlich erzählt, ne? Und dann, um wieder auf unsere Reise zurückzukommen, ähm, wir waren ja dann eine Mannschaft, die, ähm, ja, dann so irgendwie nicht nur zusammengewürfelt, aber wie gesagt, aus den Spielern, die ich eben gesagt hab, plus hier und da, aber auch wirklich auch gute Spieler dabei hatten, ne? Und, ähm, damals hieß es dann, äh, was, glaub ich, heute auch undenkbar wäre. Also ich könnte mir das heute nicht vorstellen. Wir haben wirklich damals, ich glaub, also den Betrag weiß ich nicht, aber ich glaub, wir haben jeder 400 Euro in die Hand genommen und haben uns selber die Ausstattung gekauft. Also unsere eigenen Trinkzanzüge gekauft, ne? Ich glaub, vier oder 500 Euro haben wir bezahlt. Das war damals richtig viel Geld. Ja, klar. Also ist immer noch viel Geld, ne? Aber vor allem dann für den Schritt, ne? Du kommst dann neu zusammen, du bist in der Kreis DGC, aber du hast halt gespürt, hier passiert was, ne? Oder hier gibt's eine Mission. Hier ist eine Mission. Und mit diesem Feuer, was du irgendwie dann auch in dir hattest, ne? Ähm, hast du dann auch so Sachen gemacht? Dann haben wir uns wirklich eine Ausstattung geholt, ne? Von Eri mal damals mit Winterjacken, Trainingssachen, also wirklich so eine gute Ausstattung gehabt, ne? Ist ja auch ein geiles Gefühl, wenn man, ich find's immer, also ich find das mega, wenn eine Mannschaft geschlossen auf den Platz kommt, alle die gleichen, heute heißt es Präsentationsanzüge, ne? Anhaben. Und du siehst halt einfach, ich find das geil. Ja, das war super. Das war damals, im Pullein war das nicht so. Da hatte ich dann irgendwie meinen FC-Pullover an, mal hatte ich was anderes an, ne? Und das war aber da so, dann der Junior natürlich gesagt hat, hier, das ist das Wichtigste, wir müssen hier, ne? Einheitlich Training, einheitlich Spiele, ne? Also das war so, so haben wir dann, wie gesagt, selber die Ausstattung bezahlt. Wenn ich heute das jemandem Spieler sagen würde, würde er sich abmelden wahrscheinlich, ne? Also, das war jetzt gerade immer, das war jetzt das Erste, was ich eben dachte, so wie du sagtest, dann haben wir damals 400 Euro, 500 Euro in die Hand genommen und haben für uns gesagt, heute, selbst in der Kreisliga C, wenn du da keine 20 Euro pro Punkt kriegst, sagst du, ach nee, wie, ich krieg keine Fußballschuhe? Ja, genau. Und jetzt sitzen wir hier und du sagst so, ja, dann haben wir als Mannschaft jeder, was in die Kasse geschmissen oder? Ja, wir haben die selber gekauft. Also wirklich jeder Spieler, wie gesagt, ich weiß den genauen Betrag nicht mehr, aber es waren nicht unter 400 Euro. Also du hast ja von der Rima auch keine Komplettausstattung für 88 Euro oder so. Da war wirklich auch alles dabei, ne? Genau. Also von dicke Jacke bis Winterjacke, also bis Regenjacke, Präsentationsanzug, kurze, lange Sachen, also da war alles dabei. Klover und was weiß ich. Wie gesagt, das war dann so damals so ein Ding, ne? Wurde auch dann so direkt gemerkt, dass, okay, geil, wir haben hier unsere Klamotten, jeder. Und dann, so haben wir angefangen, ne? Und dann hatten wir, wir hatten sogar noch, das war auch, also als ich, da war ich 18, das war, das war die Saison 07, 08, genau. Da war ich gerade mein Abitur am Machen und da war sogar noch der Ralf Koch, der war damals schon 41, glaube ich, ne? Hat sogar auch noch gespielt bei uns, ne? Also so eine richtig coole Truppe hatten wir. Wirklich, also ich habe dann noch ein, zwei Freunde, genau, zwei Freunde von mir damals, ne? Auch mit denen ich sehr gut befreundet, äh, bin, ne? Dann noch, ähm, dazugeholt, ne? Und so haben wir angefangen. Wie gesagt, mein Bruder, auch die anderen Jungs, die, so im Alter, mein Bruder und Junette auch eine Generation, ne? Auch da noch drei, vier Jungs, die alle sich kannten, schon lange aus Puhlein. Und so haben wir die Mannschaft dann, äh, so sind wir angefangen, ne? Und, ähm, ja, werde ich auch niemals vergessen. Dann war Saisoneröffnung in Brauweiler. Und dann sollten wir die neue zweite Mannschaft, wir hatten auch ein, zwei Spieler, die waren eher Bodybuilder als Fußballer, ne? So, äh, Trikot nicht gepasst und was weiß ich. Und, ähm, dann sollten wir, ähm, bei der Saisoneröffnung auf dem Rasen gegen unsere B-Jungs spielen. Als zweite Mannschaft. Das war unser allererstes Spiel. Gemeinsam. Und dann, äh, das war wirklich, wir hatten ein paar Mal trainiert. Saisoneröffnung, da sind auch ein paar Eltern und B-Jungen. Und das Witzige ist auch in der B-Jung. Da spielen auch ein paar Jungs, die ich heute noch kenne. Ähm, die auch ein, zwei, die bei mir spielen heute, ne? Und, ähm, und ich glaube, wir haben drei, zwei verloren. Ne? Die haben uns auseinandergespielt. Das Problem war, das Spiel wurde abgebrochen, weil unsere Jungs teilweise zu hart waren, ne? Also, was für eine Zeit, überleg mal. Und ich hab ja mit den Jungs aus der B-Jugend, also die jetzt, die ich heute auch kenne, geredet damals. Die sagten, ey, wir hatten Angst. Wir sind auf den Platz gekommen. Da waren dann so ein, zwei Meter Schränke, die auch so teilweise, ne? Sich so bewegt haben und so, ne? Und das war so das erste Spiel. Ähm, ja. Und dann hatten wir ein Spiel in Badburg auf der Asche, Testspiel. Da haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, sechs, fünf verloren oder so. Das waren so die ersten Spiele. Und dann haben wir angefangen, ne? Saison. Und die erste Saison war, war wirklich eine Saison, also nicht jetzt wegen dem Fußball, also klar, Kreisliga C spielst du, aber diese Zeit, das war einmalig, ne? Wirklich, das war eine einmalige Zeit, die auch, glaube ich, klar, ich hab die erlebt, die Zeit, aber ich glaube auch so im Amateurfußball oder hier in unserem Kreis auch selten so, ja, selten so was Vergleichbares da gewesen ist, glaube ich, ne? Weil die Konstellation einfach besonders war. In allem. Ne? Du hast dann, wie gesagt, auch, auch du schon als Spielertrainer, ne? Die ganzen Jungs drumherum, ne? Wirklich dieser, auch Zusammenhalt, so, man kennt auch privat, wie man sich kennt und alles, also das war wirklich schon eine besondere Zeit. Und, ähm, wir haben, glaube ich, in der Saison kein Spiel verloren. Oder ich glaube, das letzte Spiel gegen Bach im Zuhause verloren auf dem Rasen, glaube ich. Aber ich hatte teilweise Spiele, wo ich wirklich, ich hab nichts zu tun gehabt. Da hatte ich mal, kann ich mich noch dran erinnern, da hatten wir Spiele gegen Fische nicht auf dem Rasen zu Hause. Weil wir dann auch auf Rasen spielen konnten, manchmal im Sommer halt, vor allem, ne? Ging das? Und, ähm, da hab ich, glaube ich, auf dem Boden gesessen einmal. Ne? Dann, du bist jung, du hängst ja nicht nach. Ja, nein, aber. Und dann hast du auf dem Boden gesessen und dann auch, äh, Junette kam, was machst du da? Stell dich hin. Ne? Warum sitzt du auf dem Boden? Ne? Kannst nicht machen und hin und her, ne? Teilweise auch, wie gesagt, Spiele, ich hatte im Training immer, äh, keine Ahnung, ich hatte wirklich wenig zu tun gehabt. Also da hätten wir auch, ähm, einen anderen Torhaut aufsteigen können, glaube ich, weil die Mannschaft einfach gut war, ne? Wie gesagt, wir hatten da gute Spieler und, ähm, ich aber schon auch gemerkt hab, so, okay, ne? Langsam Torhaut, Training, wird anders. Ist da dein eigener Anspruch an dich dann auch gewachsen? Ja, natürlich, klar. Also, ja, du sagst ja natürlich. Also, es gibt ja auch viele, die dann sagen, oh, ne, das ist ein gutes Level und warum? Ne, ne, klar. Für mich war, für mich war zu dem Punkt, also vor allem auch, glaube ich, so, diese Luft, die ich dann bei der ersten geschnuppert hab, ne? Das war so für mich so, ne, irgendwie so ein bisschen, hat so diesen Hunger geweckt, ne? Und zu sagen, auch vor allem, klar, wir haben immer, ähm, intern oder auch in der zweiten Mannschaft innerhalb so das Gefühl gehabt, wir wollen hier was erreichen, was aufbauen, ne? Oder beziehungsweise immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja, gut, was ja dann auch. Das wurde so, das wurde auch, wie gesagt, vom Junior jetzt so vorgelebt. Der war Spielertrainer, ne? Der hat auch dann wirklich auch das vorgelebt, als Person, die dafür verantwortlich war, ne? Und wir als junge Spieler, ähm, oder ich zu dem, ich kann jetzt nur von mir sprechen, auch dem dann gefolgt bin, ne? Bedingungslos im Endeffekt, ne? Und, ähm, auch meine Prioritäten im Leben sich verschoben haben. Früher war dann in der A-Jugend der Fußball mal so, ja, geht nicht so wichtig. Dann war Fußball für mich mit das Wichtigste nach Familie, ne? Klar, hast du deine Schule, machst gerade Abi, aber du machst dein Abi, du bist in einer Zeit, wo du weißt, vielleicht, ich geh jetzt, ich geh jetzt bald studieren, aber da war Fußball immer Nummer eins. Immer, ne? Krass, wie sich das wandelt, ne? Ja, das war, das war wirklich so, also, da sieht man halt dann auch, was diese Faktoren sind, ne? Also, Faktoren, die das beeinflussen können, die Umwelt, ne? Ich weiß, ich, 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 ich mache jetzt einen Schritt nach vorn, aber lass uns da jetzt einfach das mal so in eine Blase nehmen. Hat das, oder nimmst du diese Thematik heute mit in dein Trainer, ich sag mal, Trainerspiel? Welche Thematik? Dieses Herzblut, dieses sich komplett darauf einstellen, darauf einlassen, dass, ja, dass man nicht mit 70 Prozent irgendwas erreichen kann, weil das habt ihr ja dann da gemacht. Du hast es ja beschrieben, ne? Der Fußball war alles, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt in der heutigen Zeit im Brau, weil ja, Fußball ist alles, aber dieses sich mit der Materie komplett auseinandersetzen, ne? Du hast ja gesagt, Torwart Training und ich wollte mehr. Ist das heute in deinem Trainerkopf genauso? Also, ich weiß, man kann, Spieler und Trainer kann man nicht so, ja, 100 Prozent vergleichen, aber diese Einstellung, nimmst du die mit in dein, ich sag jetzt mal, Trainerspiel? Doch, schon, die nehme ich, klar, die Einstellung nehme ich mit, aber auf eine andere Art und Weise, ne? Weil damals, du packst deine Tasche und kommst zum Training. Du machst dir keine Gedanken. Das heißt, du hast ja da immer einen Trainer, der gewisse Sachen vorlebt und auch gewisse Sachen vorgibt, ne? Und, ähm, heute ist das ganz anders, ne? Als Trainer selber, sag ich mal. Und vor allem, ähm, kann man dieses Herzblut ja auch auf unterschiedliche Arten vorleben. Also, es gibt ja nicht nur die eine Art. Herzblut hört sich für mich immer so an, wie auf den Platz gehen und rumschreien und keine Ahnung, ne? Vollgas nach vorne und hier und da. Ne, ne, ich meinte das schon so mit Vorleben. Also, mit bestimmten Werten. Doch, natürlich, klar. Doch, doch, 100 Prozent. Also, ähm, aber nicht, nicht so, dass ich sage, das war ja die Zeit damals, die hat mich so geprägt und ich mach das jetzt als Trainer. Das ist nicht so, ne? Das ist, ähm, das ist auf keinen Fall so, weil... Halt mal fest, weil das hab ich nur aufgeschrieben, das ist nämlich eine Frage. Ja. Für später. Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre, was heißt paar Jahre? Doch, warst du das jetzt schon... Drei Jahre. Drei Jahre? Dreieinhalb. Ja, lass wir das mal festhalten, weil das würde mich interessieren, der Anfang und wo du jetzt bist. Klar, gerne. Warst du dich da, weil da passiert ja was. Man kann ja, also ich, ich würde jetzt für mich behaupten, als ich angefangen habe als Trainer, hatte ich bestimmte Sichtweisen. Jetzt, wo ich jetzt bin, hat sich das schon geändert. Ja. Lass uns das mal festhalten, dass das gleiche ist. Lass uns mal den sportlichen Werdegang noch zu Ende bringen, weil der ist ja mehr als interessant. Ja, der geht noch weiter. Also ich bin ja, wir sind ja gerade im ersten Seniorenjahr. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber... Ja, und so haben wir angefangen, wie gesagt, um es mal abzukürzen, dann Kreiszieger C. Ich glaube, kein Spiel verloren. Aufgestiegen. Und das erste Jahr, wie gesagt, war sehr schön, der Aufstieg. Dann Kreiszieger B. Dann bist du natürlich euphorisiert, steigst Kreiszieger B auf und du spielst dann Kreiszieger B. Aber du willst mehr, ne? So, das war immer. Also es war ja jetzt nicht, dass wir gesagt haben, wow, was haben wir hier erreicht. Nee, wir waren wirklich so, auch damals, glaube ich, schon immer so im Kopf, okay, wir wollen weiter, weiter. Ja, und dann auch mit meinem Bruder noch zusammengespielt da. Klar, der war dann noch bis zu Kreiszieger A oder inklusive Kreiszieger A noch da. Habt ihr den... Ich kürze das jetzt einfach mal ab, weil ihr seid ja aufgestiegen. Ja. Und dann seid ihr ja auch relativ schnell von der Kreiszieger B, meine ich, berichtigen mich, wenn ich das falsch lese, von der B in die A aufgestiegen. Direkt. Ne? Zweimal hintereinander. Ja, ja. Kreiszieger B sind wir auch aufgestiegen. Ja. Kreiszieger B sind wir auch aufgestiegen und dann waren wir in der Kreiszieger A. Und Kreiszieger B war auch schwer, klar, aufzusteigen, weil du hast, das spricht sich rum. Ja. Und dann hast du natürlich auch, ja, hier im Umkreis, die Mannschaften, du kommst da hin, du wirst angefeindet, ne? Klar, hast du natürlich auch dann, ja, hatten wir Spieler und auch... Die darauf angesprungen sind. Genau. Aber auch, wobei da war halt, da jeder wusste das, ne? Auch dann, klar, du nicht, jemand, der auch dann polarisiert hat, ne? Klar, auch gewisse Grenzen immer angekratzt hat, ne? Was so verbale Sachen anging, ne? Aber auch, was für uns dann immer so Feuer bedeutete, ne? So geil, wir gegen die anderen und so. Und da hatten wir zum Beispiel so ein Spiel, fällt mir gerade ein, Fliechsteden, Aufstiegsspiel und ich glaube, Kreiszieger B war schon dann auch Dennis Saab bei uns, dann kam Benni Niggelmann, also wir hatten schon da auch nochmal eine gute Mannschaft, richtig gute Mannschaft. Und dann haben wir in Fliechsteden, sind wir nach Fliechsteden gefahren. Das war aber noch alt, ne? Alt Fliechsteden. Ja, ja, Rasen und Aschen nebeneinander, ne? Und richtig warm, 30 Grad und das war, ich weiß nicht, eines der letzten Spiele und wir mussten da gewinnen. Ich glaube, wir hatten auch da, wenn ich mich nicht täusche, Kreiszieger B, Busch Bell als Konkurrenten. Um den Aufstieg und die natürlich auch damals schon ihre Spieler hatten und das war so ein Zweikampf zwischen uns und Busch Bell. Wir sind nach Fliechsteden gefahren, haben geparkt und dann haben wir schon gesehen, zweite Mannschaft Fliechsteden, spielt auf dem Rasen, geil, ne? Wird geil, Sommer, Rasen und was auch immer. Ja, und dann kommen wir in die Anlage rein und dann sehe ich plötzlich, wie einer mit so einem Wagen die Asche am Abziehen ist, ne? Linien auf der Asche zieht. Dann wusstest du, ach du Scheiße, die wollen auf die Asche gehen heute, ne? 30 Grad, staubige Asche, zweites auf dem Rasen, ne? Leute liegen draußen, oberkörperfrei mit einem Mann und was weiß ich und dann haben wir auf der Asche gespielt und dann kassieren wir es 1-0, also 0-1, wie ich den führt, ein hitziges Spiel. Ich glaube, da hat der Benni Niggemann dann zwei Tore gemacht, irgendwie das Spiel für uns gewonnen, alleine, so gefühlt, ne? Klar. So haben wir dann auch die Spiele gewonnen, ne? Das ist mir so eingefallen gerade. Dann sind wir aufgestiegen, Kreiszieger A. Genau. Kreiszieger A. Euphorisiert, ne? Und weiß ich auch noch, dann, Geschichte, die mir gerade einfällt, erstes Spiel, Vorbereitung gemacht, erstes Spiel steht an gegen Löwenich, Widdersdorf. Ich glaube, war das schon Löwenich-Widdersdorf oder nur Widdersdorf? Ich weiß es nicht genau. Derby direkt auf Rasen, da haben wir uns früh getroffen, gemeinsam gefrühstückt, haben noch einen Spaziergang gemacht durch den Abteipark, eingeschworen, irgendwie auf das Spiel und hochmotiviert, heim auf Rasen und dann 5-1 verloren. Erste Kreiszieger Spiel. Zweites Spiel, 4-1 verloren gegen Syrth, zu Hause auch irgendwie auf Rasen, glaube ich, das ist einmal zu Hause gespielt, ich weiß gar nicht warum. Ja, und so haben wir dann gesehen, okay, jetzt langsam kommen wir an gewisse Grenzen. Ja. Und so haben wir dann vier Jahre insgesamt Kreiszieger gespielt. Ja gut, aber auch da, ne? Also ich kenne einige Vereine, die würden gerne tauschen oder die würden heute einiges dafür tun, wenn sie vier Jahre Kreiszieger spielen. Nicht absteigen heißt ja auch immer, dass man ja einige Sachen richtig macht, oder? Ja klar, also auf jeden Fall. Das war auch nur das erste Jahr oder die ersten Spiele. Wir hatten dann trotzdem auch eine gute Mannschaft und man muss auch sagen, jetzt rückblickend, wir hatten, glaube ich, die ganzen Jahre auch gute Konkurrenten. Also in einem Jahr ist Gleich Paffendorf aufgestiegen, in einem Jahr ist Frechen 20 aufgestiegen mit Mischa Skorzenski, der war Trainer, in einem Jahr ist Erftstadt aufgestiegen, glaube ich, mit Paul Esser, die haben wir auch gespielt und in einem Jahr, ich glaube, GKSC hört. Was für Namen. Und das sind ja, wenn man guckt, Erftstadt, Gleich, Frechen 20, das waren damals unsere Konkurrenten und die sind jetzt alle, also größtenteils haben lange dann auch oben Mittelrhein-Liga gespielt. Heute noch Mittelrhein-Liga. Das waren so die Konkurrenten, die wir damals hatten, um den Aufstieg. Wir hatten auch ein Spiel, was nie aus dem Kopf geht, in Hürth, GKS zu Hürth, Aufstiegsspiel. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das dritte Jahr war oder so. Auch ähnliches Bild. Wir sind dahin gefahren, wir mussten das Spiel gewinnen und Hürth musste auch gewinnen. Der Gewinner steigt auf. So war das Spiel. Alles oder nichts. Und dann sind wir nach Hürth gefahren, gleiches Bild. Wir parken, zweite Mannschaft ist auf Rasen, Rasen am Spiel, aber es war am Regnen. Es hat viel geregnet, zweite Mannschaft auf Rasen. Und die erste von Hürth hat damals auch auf Rasen gespielt eigentlich. Und dann haben wir, also die Leute, die das hören, die auch da damals beteiligt waren, auch Hürth oder auf unserer Seite, die werden sich an das Spiel erinnern. Es war ein legendäres Spiel, im Nachhinein mit einem schlechten Ausgang für uns, aber haben dann gepaart, wie gesagt, zweite auf Rasen und wir dann auch auf die Asche gegangen. Das war alles voller Pfützen und Matschen. Ich habe mir auch nur im Kopf gedacht, scheiße, wie willst du hier spielen? Und gehen 1-0 in Führung, Dennis Saab macht es 1-0. Ich glaube, der musste dann aber weg, weil er irgendwie ein Konzert hatte, ist er mitten im Spiel weg. Das wussten wir vorher schon. Und dann haben wir aber wirklich kuriosere Tore kassiert, ich mit eingenommen. Also ich hatte da gar keinen guten Tag. Und wir haben das Spiel 4-3 verloren. Und dann waren wir am Boden. Das war wirklich, also ich war, das war alles voller Pfützen, voller Matsch. Und ich sagte, aber danach war auch niedergeschlagen. Aufstiegsspiel verloren, hört, feiert und so. Das waren natürlich Zeiten, die vergisst du nicht, oder Spiele, die vergisst du nicht. Bis wir dann 13, 14, glaube ich war das, aufgestiegen sind. Ja, so war das. Und dann, aber das ist ja noch nicht das Ende von deiner Reise, ne? Es ging ja noch weiter. Nee, gar nicht. Nee, es ging noch weiter. Also ich versuche mich, wie gesagt, kurz zu halten. Was, 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 was da halt einfach so, wenn wir jetzt den Eingang, ne? So, wenn ich jetzt nochmal zurückspringe, ja, ich wollte aufhören, hatte nie richtiges Torwarttraining und, ne, Kreisliga, was war's? C, B, A, dann steckt man nochmal auf mit eigentlich, ja, im Jugendfußball, wo man so ein bisschen raushört, ja, ich hab mein Feld, ich war mal Torhüter. Dann war ich mal komplett weg. Dann habe ich Boxen gemacht. Dann, keine Ahnung, dies, das und jenes. Aber du musst ja dann Skills gehabt haben, weil einfach so bleibt man ja nicht über so lange Zeit Torwart Nummer eins, die du einfach mitgebracht hast, ne? Ja, also ich glaube, klar, wenn ich jetzt über mich, über mein Torspiel spreche oder auch die Zeit, ich hab natürlich gemerkt, ja, auch, was in dem Alter sehr wichtig war, dass ich spielen konnte. Da war die Liga erstmal egal. Das sag ich auch heute Jungs, mit denen ich spreche, ne? Auch wenn es darum ging, letztes Jahr junge Spieler zu überzeugen nach Prowler zu kommen oder für uns zu spielen, das ist das Wichtigste in dem Alter, dass du spielst. Bei mir war es halt die Kreisliga, C sogar, im ersten Jahr. Aber allein da im Tor zu stehen, zu spielen, Kreisliga B, im Tor zu stehen, zu spielen, hat mir sehr viel gebracht. Und in der Kreisliga A war das genauso. Parallel hast du natürlich Tortraining, wo du merkst, du wirst immer besser. Ich dann auch einen anderen Tortrainer hatte, mit dem Jorge, der dann mein Tortrainer wurde irgendwann. Ich hatte auch, wie gesagt, verschiedene Tortrainer, aber es war dann auch zu der Zeit er und der mich dann auch nochmal, der mir sehr viel gebracht hat. Wirklich, also das Tortraining, ich gemerkt habe, ich erziele Erfolge und ich werde besser im Tor. Mein Selbstvertrauen wird anders. Aber neben all dem war immer das, was dann auch mich im Endeffekt zu dem gemacht hat oder mein Torwartspiel zu dem gemacht hat, was es war, war meine Fähigkeit mitzuspielen. Weil ich war nie ein Torwart, der auf der Linie der Beste war. Meine Strafraumbeherrschung war nicht gut, weil ich klein war. Und auch Strafraumbeherrschung und Dinge ist, du musst die Flanke im Auge haben, du musst den Mitspieler, den gegnerischen Spieler im Auge haben, du musst das Timing haben, rauszukommen, du musst den Mut haben, da kommen so viele Dinge zusammen. Das war in mir drin immer oft so ein Unsicherheitsfaktor in den ersten Jahren. Aber was ich sehr gut konnte, war mitspielen, weil ich halt ein guter Spieler war, also guter Zocker, technisch gut war. Ich habe das geliebt, wenn ich den Ball bekommen habe vom Abwehrspieler und Stürmer mich angelaufen haben. Also Leute, die gegen mich gespielt haben, wissen das. Also wenn ich eine Sache sagen kann, dann war das meine absolute Stärke. Eine Fähigkeit, die heute sehr viele Trainer in Torhütern suchen, den mitspielenden Torhütern. Ja, genau. Das war damals so, wo auch dann der Junior-Hit immer hinterher war. Das spielt bei mich im Aufbau, quasi dann den Überzahlspieler als Torwart zu nutzen im Aufbau. Plus, wenn wir als eigene Mannschaft, also unsere erste Linie hochsteht, dass ich hochschiebe, als Libero die Bälle ablaufen. Ich habe teilweise auch in der Landesliga noch oder in der Bezirksliga auch immer wieder Bälle abgefangen im Mittelkreis. Oder irgendwo teilweise Spielszenen gehabt, wo ich dann trotzdem auch Risiko gegangen bin. Und das habe ich dann, je mehr ich gespielt habe, auch mehr gemacht. Und auch, ich bin natürlich damit auch ein paar Mal auf die Schnauze gefallen. Aber... Also, das muss man ja haben. Das sage ich ja auch heute Jungs, die ich in meiner Mannschaft habe. Wenn du nicht Fehler machst, wirst du halt auch nicht besser. Und ich finde, da finde ich es gut, wenn du Trainer hast. Klar, als Trainer denkt man nicht immer, ach du Scheiße. Aber wenn du das nicht erlebst, was gerade in der Situation zu einem Gegenteil und du bist halt, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, hast du eine Arschloch-Position, weil der Torhüter, wenn der einen Fehler macht, ist es meistens... Klar, Tor. Tor? So, aber nichtsdestotrotz, du hast gesagt, du brauchst die Spiele und da reifst du. Und du warst auch so ehrlich jetzt gerade und hast gesagt, ich habe meine Fehler gemacht, aber die haben dich halt weitergebracht. Absolut. Das war so. Das war wirklich dieser Cocktail aus allem. Also wirklich diese Spielpraxis, das Torwarttraining, gleichzeitig aber auch die Fehler, die man gemacht hat. Und so bin ich immer, dann habe ich mein eigenes Torwartspiel immer auch weiter auf ein anderes Level gebracht. Vor allem, was dieses Thema Mitspielen angeht. Wie gesagt, ich habe das geliebt, wenn ich den Ball am Fuß hatte, wenn der Abwehrspieler mich angespielt hat. Oder für mich war das das Größte, wenn ich unter Druck war, dann Lösungen zu suchen. Ob es dann ein Chipball war auf die Außen oder dann vielleicht sogar, ich habe manchmal im Sechzehner Risikobälle gespielt. Ich kann mich noch erinnern, in der Bezirksliga hatten wir ein Dörbel gegen Gein. Habe ich auf dem Rasenplatz, wollte ich den Stürmer ausdribbeln und habe den gefoult. Ich halte den Elfmeter, Nachschuss geht rein. Also so Sachen sind passiert. Aber im Nachhinein sind das alles Sachen gewesen, die mich besser gemacht haben. Und wie gesagt, ich bin dann schon, glaube ich, zu den Zeiten, auch wenn ich die gegnerischen Torhüter gesehen habe, dann auch später Bezirksliga, vielleicht sogar Landesliga, immer gute Torhüter hatte, gute Torhüter waren. Teilweise auch, wie gesagt, ich war, klar, dann auch, klar, konnte ich Bälle halten. Wenn ich nur mitspielen kann, dann kann ich kein Torhüter sein, keine Frage. Aber 1,80 groß, nie die Größe gehabt so richtig, aber das war wirklich meine größte Stärke, mitspielen. Bälle ablaufen hinter der Abwehr, tiefe Bälle, also wirklich, das war, ja. Es gab doch bestimmt Vereine, für die du interessant warst, ne? Aber du hast ja nur Brauweiger. Ja, für mich gab es nie was anderes. Also das kam nicht in Frage, ne? Zum einen, weil wir diesen Zusammenhalt hatten. Für mich war das immer, also überhaupt wirklich etwas, wo ich sage, im Nachhinein, ich habe meine Prioritäten so gesetzt, dass ich wirklich verrückt war danach, nach Fußball auch. Klar habe ich mal hier und da mal, du hast eine Freundin gehabt, ja, die Eltern sagen, komm, lass mal ein Wochenende nach Zürich fahren, dann hast du gesagt, komm, ich komm mit, ne? Das kam aber vielleicht mal in den ganzen 12, 13 Jahren als Torwart oder 14 Jahren, wie viele es auch immer waren, kannst an einer Hand abzählen, wie oft ich irgendwie gefehlt habe sonntags. Ich kann mich sogar erinnern, wir hatten Training auf der Asche, das war Kreisliga A, glaube ich, erste Kreisliga A, also da siehst du mal, wie bekloppt man war. Mein Bruder, wir hatten Besuch aus Türkei, mein Cousin war hier und mein Bruder hat ein Rhein-Energie-Stadion, Freundschaftsspiel, Brasilien gegen Japan, da war Ronaldinho, alle haben da gespielt und mein Bruder hatte Karten für das Spiel und meinte, ja, lass uns doch gucken gehen, dein Cousin, du und ich, ich habe gesagt, ich kann nicht. Warum kannst du nicht? Ich habe Training heute, also nicht heute, ich habe dann Training, das war eine Woche später, glaube ich, habe ich im Endeffekt zum Training auf der Asche verzichtet auf das Spiel. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich finde es gut. Also nein, weil das sind Attribute, die suche ich heute. Also ich rede von Jugendspielern, da wird so oft, so schnell ein Training. Ja, es ist ja nur ein Training. Und für mich ist das halt mehr als nur ein Training. Für mich ist das Zusammenkommen mit meiner Mannschaft, das sind, klar sind nicht alles immer Freunde oder jetzt Spieler, aber ich könnte das nicht, weil ich genau weiß, es gibt manchmal drei, manchmal vier Tage in der Woche, die sind für etwas reserviert. Ja, absolut. Wo nichts verhandelbar ist. Klar, wenn du krank bist oder Schicksalsschläge, was weiß ich, aber da gibt es nämlich keine andere Veranstaltung. Nee, das war für mich auch so. Und das ist, da sollten vielleicht die einen oder anderen, die heute hören und ja, das vielleicht ein bisschen anders sehen, mal drüber nachdenken, weil es ist ein Mannschaftssport. Also für mich ist das dann auch das Gefühl, klar, als Trainer bist du sowieso nochmal anders, aber auch als Spieler war ich genauso. Ich lasse meine Jungs im Stich. Und auch wenn es nur Training ist, ist es halt nicht nur Training, sondern es ist meine Mannschaft. Das, was du gerade gesagt hast, ich lasse meine Jungs im Stich, weil das war der Punkt auch da bei mir. Und vor allem, wenn du als Torwart denkst, also du bist ja Torwart und du weißt, wenn du als Torwart nicht kommst, kann die Mannschaft nicht auf großes Tor trainieren. Das nochmal anders dann, glaube ich. Also für mich war das anders. Ich habe immer da so ein Verantwortungsbewusstsein für gehabt. Gedacht, ey, wenn du jetzt absagst, scheiße, die können kein Abschlussspiel machen und was auch immer. Ist das eine Eigenschaft, die heute auch ein bisschen verloren gegangen ist? Ich weiß jetzt immer wieder, nein, es ist immer schwierig, da von Spieler zu trennen, aber ist das etwas, was du, ich sage extra immer, nicht bei allen, aber bei dem einen oder anderen halt auch vermisst, dieses Verantwortungsgefühl der Mannschaft. Ja, schon, also ich sage jetzt mal schon, aber das auch ein bisschen irgendwie in Klammern, weil ich muss sagen, jetzt bei uns in der Mannschaft speziell, in Brauweiler, die jungen Spieler immer beim Training sind. Also da habe ich einfach, muss ich sagen, Jungs, die auch brennen dafür. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt hineinversetze, oder nicht hineinversetze, wenn ich jetzt in der Kreisliga C oder B-Trainer wäre, dann wäre das nicht der Fall. Glaube ich. Weil das sind Jungs bei uns, klar, die jungen Spieler heutzutage, die haben alle irgendwie auch im Kopf, ich will die Mitteleinliga, ich will hier, ich will die Regionalliga, die träumen ja alle von Sachen, was auch gut ist, Träume zu haben. Aber ich glaube, dass da die Motivation dahinter steckt. Aber dieses, was in meinem Fall früher da war, das war auch in der Kreisliga C so, auch in der Kreisliga B so. Und ich glaube, das stelle ich mir heute schwieriger vor. Also ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe, wie gesagt, die Erfahrungswerte nicht, weil ich auch da zu wenig Leute kenne, aber da stelle ich mir das schwer vor, glaube ich. Vor allem dann auch im Jugendbereich, glaube ich, noch was ganz anderes ist. Also teilweise ich auch, dann Jungs bei uns, klar, meine Freundin hat Geburtstag oder ich bin auch hier und da. Und ich meine, du weißt, wie es ist, aber ich sage den Jungs immer, wie meine Prioritäten waren und ich sage denen auch, was ich von denen erwarte. Aber ich kann natürlich nicht von Jungs, ich kann natürlich keinen zwingen, irgendwas zu machen. Und im Endeffekt bin ich trotzdem, also ich bin ein Freund davon, dass die Spieler die Dinge aus eigener Motivation heraus machen und nicht, weil ich es denen sage. Das ist auch ein gesunder Weg, glaube ich. Und da haben wir, also bei uns in der Mannschaft, muss ich sagen, bin ich zufrieden damit, mit Trainingsbeteiligung. Und dann ist auch für mich kein Problem, weil ich erwarte schon 80 Prozent, sage ich mal, auf eine Saison gesehen. 80 Prozent sind so ein Wert, wo man sagt, das sollte man haben, mindestens, was auch fast alle haben. Und wenn dann einer mal bei 95 Prozent liegt und der aber dann mir schreibt, pass mal auf, meine Freundin hier und da, dann sage ich, kein Problem, mach. Aber das ist ja ein, das ist ja das Geben und Nehmen. Genau. Das ist ja dieses, wenn ich weiß, ich bekomme, ich sage das jetzt, ich betreibe jetzt extra mal, ich bekomme alles. Ja. Dann sage ich auch immer, okay, dann bekommst du von mir auch alles. Genau, das ist so. Wenn wir uns auf einer Ebene bewegen, wo Ehrlichkeit, Respekt und Anstand ist, dann. Das ist auch ein wichtiger Punkt, Ehrlichkeit. Klar, du weißt nie, was die Jungs dir erzählen, aber da muss ich schon sagen. Ich glaube, als Trainer willst du das doch gar nicht. Nee, ich war ja für uns auch nicht anders. Da hast du ja früher teilweise Sachen da, Nachrichten wurden da geschrieben, also die verrücktesten Dinge. Aber das ist ja auch Fußball irgendwo. Fußball, genau. Und das muss man auch richtig einordnen, vor allem, glaube ich. Also wenn du da als Trainer auf die falschen Knöpfe drückst, kannst du da nämlich genau das Gegenteil verursachen. Und ja, deswegen, ja. Also klar, wir könnten jetzt über deine Karriere, glaube ich, alleine Abend füllen, eine ganze Folge machen. Man muss halt dazu sagen, du hast halt Landesliga. Und ich finde, das ist mir immer wichtig, in meinem Podcast zu sagen, es ist so die zweithöchste Spielklasse im Verband. Das ist halt, da sind richtig gute Jungs am Werk, da gibt es richtig gute Teams. Das ist ja jetzt, ja, ich finde, schon gut, wenn man da spielt. Da hast du jetzt, wie lange hast du Landesliga-Tor gestanden? Ja, die Landesliga war jetzt... Ich habe es eben geschaut. Wir hatten, wie gesagt, vier Jahre A, vier Jahre dann Bezirksliga. Und ich muss sagen, zweite, dritte Saison Bezirksliga habe ich angefangen, neben dem Fußball Fitness zu machen. Und dann habe ich nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Und dann habe ich wirklich, also gemerkt, was das überhaupt mit einem macht. Rumpf, Muskulatur, Stärken, vor allem im Tor. Also Oberkörper trainieren, Rücken, Bauch, Schultern, Arme, alles. Klar war das so ein bisschen auch Disco-Pumpen, aber das war trotzdem, plötzlich hat mir einen Boost gegeben, den ich vorher nicht hatte. Also Tor-Selbstvertrauen vor allem auch, aber auch, du hast plötzlich eine Sicherheit gehabt. Also da hatte ich zum ersten Mal so wirklich das Gefühl, du kassierst kein Tor. Also der muss jetzt hart schießen oder platziert schießen, dass der Ball reingeht. Und so ist das Selbstvertrauen dann auch immer gestiegen. Und da hatte ich auch in der Bezirksliga in einem Jahr vor dem Aufstieg auch dementsprechend die Leistungen schon. Also da fand ich, das war so mit meinen besten Jahren, die letzten zwei Jahre Bezirksliga. Und ja, und da habe ich, genau, dann sind wir aufgestiegen. Da wirklich, wie gesagt, ich gesehen habe, was es bringt überhaupt, Schlaf ausreichend zu haben, auf seine Ernährung zu achten. Ich habe auch abgenommen da zu der Zeit. Also ich war fit, sehr guter Form. Und Landesliga sind wir aufgestiegen. Und wenn du aber von der Kreisliga C an diese Träume hattest, vielleicht zu sagen, boah, vielleicht spiele ich irgendwann Landesliga. Dann hast du es geschafft. Trotzdem noch ein junger Typ bist, der auch gerne mal feiern geht, unterwegs ist. Muss ich im Nachhinein sagen, war ich dann nach dem Aufstieg in Landesliga, habe ich leider das mit derselben Konsequenz nicht mehr fortgeführt. Was im Nachhinein sehr, sehr, ich würde nicht sagen, dumm war, vielleicht auch menschlich ist, aber auch ein bisschen im Endeffekt dann auch der kleine Unterschied ist vielleicht zu anderen, die genau an dem Punkt weitermachen. Ich war zwar dann immer noch, aber ich habe gedacht, so wir sind aufgestiegen, weniger gemacht im Gym. Vielleicht auch mal einen Tag vorm Training war unterwegs gewesen. Und dann auch selber vielleicht, ich will nicht sagen, was drauf eingebildet, aber plötzlich war dieser Riesenhunger, was ich vorher hatte, war nicht mehr so da. Im Nachhinein gesehen. Zu der Zeit habe ich das nicht so gesehen. Ich war es immer noch gut, aber ich hätte da den nächsten Schritt machen müssen. Vor allem, was diese Selbstdisziplin angeht. Ich hätte da nochmal einen drauflegen müssen, worüber ich mich sehr ärgere. Weil ich mir jetzt im Nachhinein sage, okay, du hast zwar Landesliga gespielt, was ist immer auf deine Frage, aber du hast es dann im Endeffekt nicht richtig geschafft, da auch an die Grenze zu gehen. Weil ich gern gewusst hätte, was wäre dann passiert. Ich würde nicht sagen, ich wäre jetzt irgendwie hier keine Ahnung was geworden, aber ich bin davon überzeugt, wenn ich da den nächsten Schritt gegangen wäre, wirklich auch darauf zu achten, auf Ernährung, auf Schlaf, auf neben dem Training auch was zu machen, dass ich dann da auch... Tunnel, ganz wichtig, weil das unterschätzen halt auch viele. Du hast es gerade gesagt, wie viel du in diese Leidenschaft reinsteckst. Und das machst du ja nicht alleine, sondern das machen ja ganz viele Spieler auch, die auch durch den Fußball, und das ist ja hohes Level. Also Landesliga, ich will nicht übertreiben, aber es ist gutes Level. Und da investierst du ja nicht nur Zeit, Geld, sondern auch ein Stück Leben in die Schreine. Absolut. Und weil ich es immer wieder gerne sage, auch da unterhalte ich mich oft mit Jungs, die dann sagen, ja, wie schaffe ich es denn in die Mittelrheinliga? Wenn du den Jungs dann sagst, ja, pass auf, es ist nicht immer nur der Fußball, es ist nicht immer nur das Training, sondern das, was du drumherum machst. Klar, die meisten Landesligisten trainieren dreimal die Woche, aber dazwischen passiert halt auch sehr, sehr viel. Wie du es gerade sagtest, gesunden Schlaf, Ernährung. Ich kenne einige Jungs, die stecken sehr viel Geld dann auch in ihren Regenerationsprozess, die sich dann nur nämlich viele Sachen selber zulegen. Ich sage jetzt einfach mal unbezahlte Werbung, diese Reboots, Kältekammer, Massagen. Klar, gute Landesligisten oder auch Bezirksligisten oder sowas, die haben dann schon ihre Physios am Platz. Aber das ist halt, was viele überhaupt nicht einschätzen. Diese denken halt, ja, man geht da dreimal die Woche trainieren, macht sonst das Spiel. Aber das ist ja nicht so. Nee, absolut nicht. Da hast du recht. Also, das ist nicht so. Vor allem nicht, wenn man, ja, das Maximum rausholen will aus sich. Und dann kannst du ja, wie gesagt, der Spruch, klar, ist das so ein bisschen so plakativ, aber so Hardwork meets Talent ist halt einfach auch dann im Endeffekt so. Und da bin ich halt nicht dran geblieben. Deswegen, ich war immer noch, ja, okay, habe immer noch da auch gespielt, aber im Nachhinein muss ich sagen, habe ich genau nach dem Aufstieg in die Landesliga, hätte ich da nochmal einen drauflegen müssen. Was aber auch schwierig ist, ne? Ja, es war zu dem Zeitpunkt sowas. Es ist auch mein Wesen, ne? Also, ich kann ja nicht irgendwie da, ne, jetzt im Nachhinein sage ich es einfach so. Und so ist es halt, ne? Für mich war es halt da wirklich wie so eine Art Traum in Erfüllung gegangen, von Kreisliga C bis Landesliga. Fang vorne bei unserem Gespräch an. Also, ne, vorne im Gespräch. Klar, ich habe das jetzt so auch durch Familie, durch meinen Bruder und habe ich natürlich gewusst, wer da vor mir sitzt und die mir auch so ein bisschen erzählt haben. Aber wenn wir vorne anfangen und du deine Geschichte jemandem erzählst, der dich nicht kennt und sagst, ja, ich habe dann in der A-Jugend so mal Stürmer gespielt und mal war Stor und dann habe ich Christian Gorek angerufen und ja, das wusste ich nicht und dann bin ich in der Brauwelle, ich sage jetzt mal, nicht falsch verstehen, zusammengewürfelte Truppe. Ja. Und du landest in der Landesliga. Ja. So, das ist ja eigentlich kein Weg, den heute ein Junge geht. Ne, also ich glaube nicht, ja. Und von daher, ich finde es gut, dass du sagst, scheiße, ich hätte was mehr machen müssen, aber was ich immer wieder finde ist, ja, du hast halt auch viel erreicht oder viel aus dem gemacht, was du da so bekommen hast. Ja, klar, das stimmt. Wenn man das sieht, sage ich mal, Ausgangspunkt A-Jugend und dann auf jeden Fall. Und dann noch dazu, Torwarttraining. Ja. Du hast erst im Seniorenbereich, hast du deine erste, ja, wirklich gute Torwart-Einheit bekommen. Genau. So, das ist ja heute, brauche ich dir nicht zu erzählen, in U13. Ja. Da fängst du an, ja, ich brauche einen Torwarttrainer. So, von daher, ich finde es gut, dass du so selbstkritisch bist und sagst, da wäre vielleicht noch, ich sage jetzt einfach mal, zehn Prozent mehr drin gewesen. Genau. So, aber, was ich halt wichtig finde ist, hier sitzt ein gestandener Landesliga- oder ehemaliger Landesligaspieler vor mir und dieses Hardwork, das müssen die Jungs draußen verstehen. Ja, absolut. Wie gesagt, bei mir war es halt so, wie gesagt, ich habe das, wenn man das guckt, also, oder wenn man sich das anhört, die Geschichte und auch den Verlauf anguckt, ich habe wirklich erst durch dieses Torwarttraining die ersten Schritte machen können. Aber als ich angefangen habe, wirklich zu investieren in mich selber, also wirklich in Schlaf, also richtigen Schlaf, gute Ernährung und dann auch Fitness zu machen, habe ich wirklich dann nochmal Sprünge gemacht. Und das war halt dann so, ja, was halt mal rumgekommen ist. Klar, haben auch Verletzungen eine Rolle gespielt. Das ist bei mir auch, ich hatte, also wirklich kurios, muss man sagen, ich habe mir dreimal den Finger gebrochen. Zwei mal den rechten Daumen, einmal den linken Daumen. Ersten Kreisliga-Aufstieg 2014 haben wir, habe ich mir am 9.3. 2014 habe ich erste Rückrundenspiel in Arem, auf dem alten Rasenplatz in Arem, habe ich mir den rechten Daumen gebrochen, bin dann die ganze Rückrunde ausgefallen, sind trotzdem aufgestiegen, weil wir auch eine super Mannschaft hatten und wurde operiert. Dann habe ich mir ein Jahr später am 8.3., also nicht am 9.3., am 8.3. 2015 in der Bezirksliga im ersten Rückrundenspiel gegen Bachem auf der Asche den linken Daumen gebrochen. Dann habe ich mir in der Landesliga, erste Landesliga-Jahr, am 8.3. 2019 den rechten Daumen gebrochen. Zweimal 8.3., einmal 9.3. Darf ich dich was fragen? Hat das im späteren Verlauf was mit dir gemacht, wenn du wusstest, du hast an diesem Datum ein Spiel? Ja, ja, klar. Also erstmal, die ersten zwei waren kurios, wie gesagt, 9.3.14, 8.3.15 und dann habe ich gesehen, 8.3. Weltfrauentag und dann dachte ich mir, also da muss auch irgendwas, ist man ein bisschen abergläubig, aber Spaß beiseite, aber auf jeden Fall, also bis heute macht der Tag was mit mir. Also ich habe bis heute, wenn 8.3. kommt, so ein mulmiges Gefühl, steigst ins Auto, was machst du, also wirklich, also ist kein Spaß. Ich habe mir dann, wie gesagt, Landesliga aufgestiegen, Hinrunde war schwer, dann hatten wir in der Rückrunde, das war das letzte, das war das Abschlusstraining vor dem ersten Rückrundenspiel in Düren sollten wir spielen, gegen FC Düren 2, habe ich mir im letzten Training dann, haben wir Standardtraining gemacht, ich war auch nicht warm, also ohne Warmmachen direkt eine Flanke gekommen und bei mir war, ich musste mich warm machen für den Kopf und dann kam eine Flanke und dann haben wir irgendwie Standardtraining gemacht, Volley abgefälscht gegen meinen Daumen und dann, ich gucke auf meinen Daumen und der hängt schon wieder schief. Das dritte Mal gebrochen und ja, dann war ich erst mal raus, wieder operiert, gibts, deswegen war halt so die Zeit, dann musst du dich zurückkämpfen wieder, ja. Und da, das habe ich auch mitgenommen, mir hat mal ein Gast im Podcast gesagt, jede Verletzung, verlierst du ein paar Prozentpunkte, hast du das bei dir gemerkt? Verlierst im Sinne von, ja, das, ja, wie soll ich das sagen, Markus Bröll sagte, mit jeder Verletzung, die ich bekommen habe, habe ich ein paar Prozentpunkte an meiner Leistungsfähigkeit Ja, absolut, klar, also das ist ja keine Frage, also vor allem dann, ich glaube, es kommt auch darauf an, was für eine Art von Verletzung das ist, es gibt zum Beispiel junge Spieler, die reißen sich mit 18 das Kreuzband, haben aber dann so eine gute Reha-Phase, dass die Muskulatur plötzlich so gestärkt ist, dass dir im Nachhinein der Kreuzbandriss gut tut. Gut, hört sich blöd an, aber zum Beispiel war es bei, gibt es ja vielleicht bei Florian Würz war auch so, Kreuzbandgerissen, super Reha gehabt und ich glaube, jetzt hört sich vielleicht blöd an, aber ich glaube, dass so eine Reha in dem Alter, mit dem Muskelaufbau, die helfen kann. Und bei mir war es halt der Daumen und ich habe eh dünne Finger, also ich habe jetzt nicht die Torthände, wenn du guckst, ich habe kleine, dünne Hände und klar, ich habe dann angefangen, was eigentlich gar nicht mehr denkbar ist, aber ich habe dann angefangen, nochmal in der Landesliga, mir Handschuhe mit Fingersafe zu kaufen, weil ich einfach auch dann, ja, du hast Angst, nicht Angst, aber du hast schon so ein bisschen das Gefühl, du brauchst die Sicherheit erstmal wieder und ich habe dann immer meine Finger getapet, jedes Training habe ich meine Finger getapet, komplette Hand getapet, alle Finger abgetapet, dann immer Fingersafe gespielt, dann hast du aber Fingersafe auch kein Gefühl, jeder, der Torwart war, weiß das, du hast kein Gefühl in der Hand, Fangsicherheit ist ein Thema dann, bis ich dann wieder irgendwann die Sicherheit im Kopf hatte, das war aber kurz vor meinem Ende dann wieder ohne Fingersafe zu spielen. So war das halt, genau. Kommen wir mal zu deinem Ende. Kommen wir zum Ende, genau. Ich habe dich noch aktiv in Brauwella gesehen. Ja. Wie ist das, oder warum dein Ende? Weil eigentlich hättest du ja noch weiter zocken können, oder? Ja, ich hätte noch weiter zocken können, also es war halt so, ich meine, wir haben erstmal, genau, nach dem Aufstieg, 18, 19, war dann, ich glaube, Rückrunde, ging es dann mit Juni nicht mehr weiter, das war, glaube ich, so, ich weiß nicht genau, April oder so müsste es gewesen sein, um den Dreh, dann wurde er Soran-Trainer, da war ich aber noch verletzt, ich habe da nicht gespielt und da haben wir die Klasse ja gehalten, dann ging es ja in die Saison 19-20, genau, und da war ich aber dann gerade mich, ja, ich war in der Reha, kann man sagen, und als dann meine Hand wieder heile war, habe ich natürlich gemerkt, ich brauche meine Zeit, um erstmal wieder eine gewisse Sicherheit zu kriegen. Und in dieser Saison dann, Saison 19-20, war halt dann, habe ich, wie gesagt, meine Zeit gebraucht und ich wollte mir aber selber das auch beweisen irgendwie, dass ich nochmal rankommen kann, auch vor allem mental rankommen kann. Und dann habe ich dann auch Gas gegeben, war auch wirklich fit, habe auch viel Laufen gegangen, weil ich die Zeit irgendwie gucken musste, was machst du damit, habe ich 10 Kilometer Läufe gemacht, manchmal 12 Kilometer und die, die mich kennen, die wissen, dass ich mit Laufen eigentlich nichts, nie etwas am Hut hatte. Willkommen in meiner Welt. Ja, du kennst das, wirklich, dann habe ich heute noch auf der Running-App, gucke ich mir manchmal an, was ich da gelaufen bin, 12 Kilometer, das ist heute ziemlich undenkbar, weil ich wirklich da dachte, du musst jetzt nochmal rankommen und dann wirklich auch Gas gegeben habe und ja, und so war halt dieses Jahr, 1920, habe dann aber ein paar Spiele gemacht, ich glaube, das war auch das Jahr, da hatten wir, waren wir im Pokal erfolgreich, relativ erfolgreich, haben da, hatten da zwei, drei Spiele, haben im Königsdorf geschlagen, im Derby, im Pokal, dann hat man das Halbfinale gegen Willersdorf, dann sind wir auch im Pokalfinale gekommen, dann kam aber Corona, das war so das Jahr 1920. Und für mich war aber immer so ein bisschen klar, du musst jetzt ein bisschen nachdenken, weil, wenn du nochmal einen Finger brichst und der Arzt dir sagt, pass mal auf, wenn du diesen rechten Daumen nochmal brichst, dann müssen wir überlegen, was wir machen, weil dann kannst du ihn vielleicht gar nicht mehr bewegen. Das hat in mir drin schon ein bisschen so ein komisches Gefühl ausgelöst, aber ich war trotzdem, ich habe gesagt, nee, ich muss nochmal rankommen. Aber für mich war dann klar und vielleicht auch mit den Umständen zu der Zeit, es war auch, glaube ich, keine leichte Zeit, auch die Mannschaft, klar, du hast einen Trainer, der ist so lange da, der ist dann nicht mehr da, plötzlich von heute auf morgen, dann hast du einen neuen Trainer, der auch aus dem Verein ist und auch im Brauweiler gespielt hat, aber trotzdem, du hast eine Mannschaft, die nicht mehr die alte Mannschaft war, dann kommen neue Jungs dazu und es hat irgendwie auch alles nicht mehr so gepasst. Es war so ein bisschen, diese Brauweiler-Identität war weg, kann man sagen, aus heutiger Sicht. Nicht weg, aber weg hört sich drastisch an, aber es hat sich verändert einfach. Ja, und so war halt auch dann sportlich, es war ein bisschen schwer, so Teamgefüge und so und es war einfach eine schwierige Zeit, aber ich glaube jetzt, da ist es ganz normal. Es gibt ja auch im Profifußball Beispiele, wenn du so einen Trainer hast, der zehn Jahre da ist und dann weg ist, jetzt, was passiert in Freiburg jetzt zum Beispiel. Genau, das ist ein schönes Beispiel. Als Beispiel weiß keiner, klar, kann das gut gehen, aber weißt du nicht, was da passiert. Es wird halt eine Veränderung für alle Beteiligten sein und so war es auch bei uns und genau und so war dann, so war auch das dann irgendwie die Stimmung ein bisschen und das war halt dann, wie gesagt, das war 19-20 oder 20-21. Das war glaube ich 19-20. Genau. Und da hatten wir 19-20, Rückrunde 2020, dann kam der erste Lockdown. Ja. Genau. Und dann war Lockdown, wo wir aber dann, und da war ich dann, ich habe mich wirklich dann auch auf ein Level gebracht, das war die Winterpause 19-20, wo ich wirklich auch gut dabei war und habe dann da auch, haben wir die Rückrunde, die ersten zwei Spiele gewonnen und ich war wirklich auch auf einem guten Level, muss ich sagen. Ich habe mich wieder gut gefühlt im Tor. Und dann kam der erste Lockdown. Und dann war Lockdown, ja und dann war es erst mal raus. Dann ging es nicht weiter. Für alle war es Neues, weil die Zeit war heute verrückt, wenn ich zurückgehebe. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir… Ich bin ganz ehrlich, diese Zeit hat mich kaputt gemacht. Also jetzt nicht nur, was hier mit meiner Familie war, also wir haben das als Familie durchgehalten, aber das, was das mit uns als Familie gemacht hat, war halt brutal. Und noch brutaler war es halt einfach, nicht meiner Leidenschaft nachgehen zu können. Hier zu sitzen und, also ich habe verstanden, was da passiert, aber ich habe halt nicht verstanden, dass ich nicht dem nachgehen kann, was ich eigentlich täglich brauchte, nämlich das Training mit meinen Jungs. Das hat meinen Kopf schon total durcheinander gewirbelt. Naja, das kann ich mir vorstellen. Und da verstehe ich auch die Spieler. Du konntest, also klar, diese ganzen Challenges fallen mir noch ein, die hat ja fast jede Mannschaft gemacht, aber ich sage mal, 99 Prozent ist halt laufen gegangen oder Fahrrad gefahren. Fahrrad gefahren, das war wirklich, also jetzt rückblickende Zeit, die ich irgendwie, muss ich sagen, verdrängt habe. Gott sei Dank. Also bei mir ist die irgendwie, ich habe halt normalerweise auch immer ein gutes Zeitgefühl, aber muss ich sagen, diese Corona-Zeit, da habe ich immer so Probleme, dieses Zeitgefühl irgendwie zu haben. Und das war halt dann so diese Lockdown-Phase. Ich glaube, das war, wie gesagt, 20. Genau, und dann haben wir ja das dann wieder aufgenommen, das Training im Sommer, glaube ich, so hat es dann wieder angefangen. Das war die Saison sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig, ne? Da hat es dann irgendwie irgendwelche Beschränkungen. Da durft es nur in Feldern mit dem einen oder anderen. Ja, das war wirklich, also komisch, ne? Und dann haben wir dann, klar, mit auch Tests immer wieder und was weiß ich alles. Und das war dann die Saison 2021, ne? Und da haben wir aber dann, glaube ich, angefangen zu spielen. Genau, wir haben angefangen zu spielen und da war aber das bei uns weiterhin so. Dann hatten wir auch ein paar neue Spieler bekommen. Wie gesagt, da war der Soran ja noch Trainer. Und ja, und dann war dann, glaube ich, im November oder Dezember, ich glaube, Dezember war das, war Soran kein Trainer mehr. So, und dann habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, Trainer zu werden von der ersten Mannschaft. Und für mich erstmal, also, und vor allem die Anfrage war auch dann in dem Fall beschränkt, also meine Antwort sollte beschränkt auf eine zeitliche Dauer sein. Das heißt, ich hatte jetzt nicht irgendwie die Zeit, mir sechs Wochen Gedanken zu machen. Klar. Hast du im Fußball ja auch nicht. Die Zeit hast du einfach nicht. Und ich war dann noch, klar, aktiver Spieler. Wie gesagt, Soran war dann weg als Trainer und habe diese Anfrage bekommen. Und dann, ich glaube, parallel zu der Anfrage oder kurz danach war auch wieder ein erneuter Lockdown. Also es konnte nicht trainiert werden zu der Zeit. Was ist das brutal? Brutal. Und da habe ich die Anfrage bekommen und ich war zu Hause und dann machst du dir Gedanken. Weil natürlich, also erstmal hatte ich nicht im Kopf Trainer zu werden. Für mich war irgendwie, ich glaube, also jetzt rückblickend das Jahr zu angefangen und ich dachte mir, okay, zieh das Jahr noch durch und dann hörst du auf. Weil, ne, Finger und dann auch irgendwie, war eine schwierige Zeit, ne, war alles so ein bisschen, ja, im Nachhinein wirklich keine einfache Zeit, glaube ich, für alle. Und dann habe ich dann gedacht, so, ja, ich glaube, höre ich auf dann nach dem Jahr. So war in meinem Kopf, ne. Wie gesagt, dann kam die Anfrage und dann habe ich natürlich angefangen nachzudenken zu Hause. Aber das spielen natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle, weil du gehst ja nicht, du kriegst nicht eine Anfrage und sagst jetzt, okay, ich werde jetzt Trainer von heute auf morgen. Vor allem nicht dann in der Landesliga und vor allem nicht in der Landesliga in Grümers-Brauweiler, wo ein Trainer so lange da war, jetzt ein neuer ist, aber irgendwie alles nicht so ganz läuft und du hast eh Probleme da. Und du hast jetzt Landesliga nicht erfolgreich gestartet. Du hast nicht mal eine Mannschaft, die du dir irgendwie selber aufgestellt hast. Plus, der größte Faktor ist, du hast jetzt Leute, mit denen du vor zwei Wochen noch gespielt hast, denen du jetzt plötzlich sagen solltest, was sie machen sollen. Und für mich war das alles wirklich so Themen, wo ich dachte, weiß ich nicht, hab wirklich lange Gedanken gemacht. Also lange im Sinne von über eine kurze Dauer, aber intensiv. Wirklich, also wenig geschlafen, viel überlegt, mit allen Pros und Kontras. Und aber auch gleichzeitig irgendwie so in dieser Anfrage steckte auch für mich so ein bisschen, ja, machst du das? Wenn ja, dann ja. Wenn nein, dann müssen wir gucken, wer das macht. Weil immer so Brauweiler, klar, Junette ist so lange da, Soran aus dem Verein und ich so ein bisschen das Gefühl hatte, man will jemanden auch wieder, der das Umfeld kennt, der aus Brauweiler kommt, also aus dem Verein kommt. Und ich glaube, ich bin jemand, der auch schon auch im Leben außerhalb vom Fußball verantwortungsbewusst ist, ne, in seinen Verpflichtungen auch, dem Leben gegenüber oder auch seiner Familie gegenüber, seinen Freunden gegenüber. Und dann für mich irgendwann klar war, ich mache das. Aber ich mache das mit dem Wissen, dass du dich auf was einlässt oder etwas beginnst, nicht einlässt, hört sich so gezwungen an, aber dass du etwas beginnst, wo du nicht weißt, wie das endet. Und wo du auch nicht weißt, was du dann im Rhein-Erft-Kreis oder auch hier im Umkreis für einen Abdruck hinterlässt. Das sind alles Gedanken, die eine Rolle gespielt haben, Selbstzweifel, Riesenthema. Kriegst das hin. Du hast keinen Trainerschein. Du bist kein Trainer. Du wirst jetzt Trainer von heute auf morgen. In der Landesliga. In der Landesliga. Und du sollst jetzt diese Mannschaft vom Abstieg retten. Schaffst du das. Und das war halt ein innerlicher Kampf. Bis ich aber gesagt habe, okay, weißt du was, ich mache das. Aber aus dem Grund, weil ich dieses Verantwortungsgefühl gespürt habe, zu sagen, ey, das kann jetzt nicht so enden alles. Das kann nicht alles so vorbei sein. Und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, ich mache das. Und dann musst du natürlich erst mal mit den Jungs sprechen. Ich muss jetzt nicht darauf antworten, aber wie war dein Gefühl, also klar, die Jungs werden ja informiert, aber wie war dein Gefühl als ehemaliger Spieler in die Kabine zu gehen? Also ich sage immer, Trainer sein ist immer noch ein Unterschied als, oder Spieler und Trainer sind Unterschiede. Absolut. Und jetzt auf einmal, wie du, du hast es eben schon mal so ein bisschen gesagt, trittst du nicht mehr als, ich sage jetzt mal, Freund, Kollege, sondern du bist ja derjenige, der entscheidet, ob du spielst oder nicht spielst. Ja. Dein erster Gang in die Kabine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also jetzt in der paar Minuten oder der guten Stunde, wo wir uns unterhalten, dass du so abgepitcht bist und sagst, ach, ich bin da rein und habe gesagt, so, ich bin der neue Trainer. Nee, überhaupt nicht. Also gar nicht, ganz und gar nicht. Aber das Kuriose war ja, dieser Moment hat sehr lange gedauert. Ja, ja. Weil ich war im Lockdown. Und das war für mich eine schlimme Zeit. Aber, das hätte ich dazu gesagt, das meine ich ja, wie oft ist in dir so der, wie geht, also. Achso, du meinst jetzt, wie gehe ich da rein, was sage ich? Genau, so, ja, also das war eher so, das war, muss ich sagen, eher zweitrangig in meinem Kopf. Okay. Weil in meinem Kopf war erst mal, also ich bin ja kein Trainer. So, jetzt sitzt du da und du bist jetzt Trainer. Ja. Ja, dann hast du einen Zeitungsartikel, siehst du da, steht von der Torlinie auf die Trainerbank. So. Und du musst aber jetzt gucken, dass du ja dich, du musst ja in der Landesliga den Spielern was erzählen. Ja. Können. Nicht erzählen, sondern erzählen können. Und vor allem auch, egal in welcher Liga, du musst ja, die Spieler müssen ja irgendwie auch davon überzeugt sein. Ja. So. Das heißt, ich wusste schon mal, ich kann jetzt nicht hier von heute auf morgen ankommen und denen erzählen, was die jetzt hier taktisch machen sollen. Also, mir war vom ersten Moment an klar, mach jetzt hier nicht einen auf der Taktik, super Taktik-Trainer oder was auch immer. Sondern ich habe einfach da vor allem auch, glaube ich, dann auch in den ersten Gesprächen mit den Jungs versucht, transparent zu sein und gesagt, pass mal auf, wenn du dich darauf einlässt, dann erwarte ich auch von dir, dass du dich darauf einlässt. Das bedeutet auch, die Geduld mitzubringen und vor allem auch, ja, mir auch die Möglichkeit zu geben, ja, und die auch, die Möglichkeit muss auch, also muss wirklich auch Fehler erlauben. Ja. Das ist ja das Brutale heute. Fehler bedeutet ja auch immer, dass man vor Menschen tritt und sagt, okay, da habe ich etwas nicht gut entschieden. Ja, total. Da habe ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, da habe ich eine Schwäche gezeigt. Gerade im Fußball bedeutet das ja auch, einer Mannschaft gegenüber zu, also man holt sich ja Kredit, also so sage ich das jetzt einfach mal. Und dann eine Mannschaft zu haben, wo man das so einfordern kann, ist ja dann, ich glaube, ein Vorteil, wenn man die Jungs kennt oder nicht. Wenn du mal da jetzt komplett fremd reinhüpfen würdest, würdest du ja nicht hingehen oder würdest du ja nicht sagen können, ja, ich brauche auch etwas entgegenkommen. Oder? Weißt du, was ich meine? Aber ein Fremder, der kommt, bringt natürlich im Normalfall auch ein Profil mit, als Trainer mit. Also ein Profil. Das heißt, wenn jetzt ein Trainer weg ist und es wird ein neuer Trainer geholt, dann kommt in der Regel jemand, der schon die Erfahrungen hat oder irgendwas vorzuweisen hat als Trainer, wo aber dann Spieler trotzdem skeptisch sind und sagen, okay, was ist das jetzt für einer? Aber die erste Ansprache oder die ersten Ansprache, glaube ich, schon darüber entscheiden, ob eine Mannschaft dir folgt oder nicht. Aber bei mir war das schon so ein Spezialfall, glaube ich. Und ich habe da, wie gesagt, jedem dann gesprochen, der Spieler mit allen gesprochen und da auch wirklich auf Ehrlichkeit gesetzt und gesagt, pass mal auf. Ich werde nicht von heute auf morgen jeder, keine Ahnung was, aber wenn du dich darauf einlässt, dann erwarte ich von dir, dass du dich voll darauf einlässt, weil ich schon ein Ziel hier habe und etwas wieder schaffen möchte hier in dem Verein. Und da waren natürlich viele Jungs dabei, die mich kennen und auch aufgrund der Zeit, glaube ich, auch respektiert haben. Aber es waren natürlich auch ein paar dabei, die rebelliert haben. Zwar nicht am Telefon, die am Telefon gesagt haben, ja klar, kein Problem. Aber als dein Training losging oder vor der Mannschaft losging und du denen was gesagt hast, du gespürt hast, der nimmt das nicht an. Der nimmt das nicht an. Also es gab da die Spieler und es gab auch die Spieler, die damit nicht umgehen konnten. Also die wirklich mir auch gezeigt haben, nee, nee, du brauchst mir nichts zu erzählen. Das waren die ersten Zeiten. Es war so. Also wirklich demonstrativ auch Spieler mir das gezeigt haben wirklich. So war das. Aber ich habe in den Ansprachen vor der Mannschaft natürlich mir meine Gedanken gemacht. Ich habe erst mal überlegt, wie willst du spielen? Was willst du für einen Fußball spielen? Aber du bist natürlich, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es andere, die da anders sind. Aber ich war natürlich nicht so, dass ich sage, ich werde jetzt hier von heute auf morgen Vollgas, Hochattack, Hochangriffspressing. Sondern eher in meinem Kopf die ersten Gedanken waren, du musst der Mannschaft das Gesicht geben, dass wir gut verteidigen. Weil wir stehen, wir haben jetzt nicht den Erfolg gehabt in der Landesliga. So waren die ersten Anfänge. Ja, ich stehe hinten gut. Und dann, so haben wir angefangen. Und worauf ich immer gesetzt habe, ist, wieder ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Vor allem das, was so in Brauweiler immer da war eigentlich. Und so waren die ersten Trainingseinheiten, waren aber dann trotzdem mit Abstand Training. Es war der Lockdown, ich konnte nicht richtig trainieren. Das heißt, es sind wirklich vier oder fünf Monate vergangen, wo ich zu Hause saß und nicht wusste, was passiert. Ich habe mir natürlich ein paar Sachen angeeignet, theoretische Sachen, um mal so einen Überblick zu kriegen. Aber das bringt dir alles nichts, wenn du die Erfahrungswerte nicht hast. Du sitzt jetzt vier, fünf Monate zu Hause, bereist dich auf etwas vor, wo du gar nicht weißt, wie das läuft. Ich stelle mir das vor wie ein Gericht kochen. Ein richtig tolles Gericht, was du selber kochst, dir das vorne auf den Tisch hinstellst und sagst, ja, darfst du heute nur angucken. Genau. Und selber noch nie probiert hast. Genau. So, dann nimmst du es wieder weg, stellst es auf Seite und dann kommt der nächste Gedanke vom Fußball. Und dann vergleiche ich es wieder mit. Du stehst in der Küche vier, fünf Stunden, machst das tolle Gericht, stellst es auf den Tisch und isst es aber nicht. Ja, das ist ein super Beispiel. So war das dann. Und dann haben wir angefangen zu trainieren. Mein allererstes Pflichtspiel als Trainer war Pokalfinale gegen Frechen 20. Kann ich schon schlechter laufen. Erste Pflichtspiel. Also, klar, verdienst dann auch vom Soran, der dann das Finale erreicht hatte vor dem Lockdown. Ich glaube, das wurde dann nachgeholt. Wie gesagt, da habe ich das selber noch gespielt dann in den Pokalspielen. Boah, das wurde in Löwen nicht. Genau, in Löwen nicht. War Pokalfinale gegen Frechen 20. Da war der Ockern auch schon Trainer, der heute auch noch Trainer ist. Und genau, haben wir da gespielt. Klar, die Jungs eingeschworen. Wussten natürlich, ich spiele es gegen Frechen. Du wirst heute nicht viele Möglichkeiten haben. Aber muss ich sagen, im Nachhinein haben wir wirklich da ein Spiel geliefert. Nicht fußballerisch, wo ich sage, wir haben da besser gespielt. Also Quatsch, der Frechen hat 1-0 gewonnen. Auch verdient gewonnen. Aber ich habe den Jungs gesagt, natürlich, wir müssen heute zeigen, dass wir hier was schaffen. Eine Gemeinschaft schaffen. Vor allem auch, wieder für etwas stehen wollen. Der muss immer das Herz auf dem Platz sein. Hört sich jetzt so abgedroschen an, wie so ein Kreisliga-Trainer. Aber das war damals wirklich der Ansatz, zu sagen, ey Jungs, es muss wirklich sein. Und so haben wir angefangen in dem Spiel. Wir haben wirklich dann, glaube ich, gegen Ende das 1-0 kassiert. Es war sehr spät, meine ich. Genau, spätes Gegentor. Wir hatten dann, glaube ich, kurz davor noch eine rote oder gelb-rote bekommen. Wir hatten davor noch so ein, zwei Konterchancen. Also war so ein Spiel, was wirklich dann im Nachhinein, wo ich sage, war ein schönes Erlebnis. Klar, wäre schön gewesen, wenn man es gewonnen hätte im ersten Spiel. Glaubst du? Aber ja. Also im Rückblick, wenn du, ich sage jetzt mal rein theoretisch, du hättest das gewonnen, dann wäre ja auch so ein bisschen, glaube ich, einfach mal die Erwartungshaltung. ziemlich weit oben gewesen, oder? Ja, da kommt einer, der gewinnt direkt den Pokal. Klar, natürlich wird Verdienst so ran, der Vorgänger und so weiter und so fort. Aber da kommt jetzt einer, der nach dem Lockdown, der macht Pop und wir gewinnen den Pokal. Ist das so ein bisschen, klar, ich sage das jetzt mal so, froh, dass es dann so gelaufen ist? Ja, ich glaube nicht, dass, wenn wir gewonnen hätten, klar, wäre da vielleicht eine Euphorie entstanden. Die, 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 das sage ich, dass die ja nicht immer positiv sein kann. Nee, genau. Dann steigen die Erwartungshaltungen, dann gehst du in den Liga-Betrieb, verlierst drei Spiele und der Großteil der Menschen am Platz sagen, was ist das für ein Vollpfosten? Ja, ja, genau. Naja, also unabhängig davon muss man natürlich sagen, als ich mich darauf eingelassen habe, weil ich angefangen habe als Trainer und auch dieses Pflichtspiel war, die Leute im Umfeld haben sowieso nicht dran geglaubt. Das muss man ja auch mal sagen. Also es wäre ja Quatsch zu sagen, dass da Leute gesagt haben, wow, super, Tuna ist Trainer im Brauweiler? Wow. Das ist ja Quatsch. Also warum auch? Ich bin Spieler, werde Trainer. Das ist ganz normal, dass dann, glaube ich, von 100 Leuten 95 skeptisch sind. Ist auch menschlich, also ganz normal. Ja. Weil warum, also welchen Grund gibt es zu sagen, wow, Tuna ist Trainer im Brauweiler, jetzt geht es aber los. Gibt es ja keinen Grund für. Ich habe ja nichts vorzuweisen. Das bedeutet ja erstmal, musste ich, musste ich ja, also ich wusste, dass ich erstmal wirklich einstecken muss und auch viele Enttäuschungen erleben werde. Mir war das von Anfang an klar. Also mir war klar, dass ich, als ich gesagt habe, okay, ich mache das. Dass diese Zeit nicht einfach wird. War der, also es war ja, ist ja dann auch mit dem Abstieg in die Bezirksliga gelaufen und ich sage mal, die Landesliga-Saison, die war ja jetzt nicht, war jetzt nicht berauschend. Nee, also die erste Saison, muss man so sagen, wir hatten, die ersten Saison haben wir angefangen, dann eine Vorbereitung, dann hatten wir das erste Meisterschaftsspiel gegen Königsdorf. Das war die Saison natürlich, wo Königsdorf, glaube ich, kein Spiel verloren hat. Also aufgestiegen ist auch, verdientermaßen auch den besten Fußballer gespielt hat, überragend einfach war in der Liga. Und wir haben das erste Spiel gegen Königsdorf, glaube ich, 2-1 verloren zu Hause. Sah knapp aus, aber Königsdorf auch verdient gewonnen hat. Und die Hinrunde war nicht gut. Wir hatten wirklich Probleme in der Mannschaft. Du hast natürlich immer wieder gemerkt, dass du Spieler hast, die nicht dahinterstehen, aber trotzdem noch da sind. Und ich immer wieder sagen musste, Jungs, ich möchte die Leute nicht hier haben oder ich möchte euch nicht hier haben. Nicht zwar vor der Mannschaft gesagt, aber dann auch Einzelgespräche gesucht, pass mal auf, Junge. Aber wenn du nicht dahinterstehst, dann lassen wir es sein. Kein Problem. Ich brauche Jungs, die dahinterstehen. Die wirklich hier auch hinter dem Verein, hinter der ersten Mannschaft von Grün, was braucht er da stehen. Hinter dem Weg auch vor allem stehen. Und die Hinrunde war schwer, wie gesagt. Wir hatten da Probleme. Wir haben dann im Winter, glaube ich, drei oder vier Spieler, die halt dazugehörten, nach Einzelgesprächen nicht rausgeworfen, sondern haben uns von denen getrennt, weil der Weg einfach dann nicht mehr derselbe war. Im ersten Moment hört sich das immer so negativ an. Das ist aber im Fußball ein ganz normaler Lauf. In der Winterpause, man merkt einfach, hey, es passt nicht. Und es muss ja nicht immer der Trainer sein, sondern dann kann man auch mal sagen, sorry, jetzt habe ich hier den Hut auf. Es passt nicht. Und dann, ich möchte nur, dass es nicht so negativ rüberkommt. Dass man sagt, ja, Spieler oder sowas. Sondern es ist gerade in unserem... Nee, das ist ganz normal. Vor allem ich auch in den Gesprächen mit den Jungs das immer auch so gesagt habe. Pass mal auf, das ist ganz normal. Es ist vor allem auch überhaupt nichts mit privaten Dingen zu tun hat. Es geht hier vor allem darum, ich habe eine gewisse Vorstellung von den Dingen und ich habe die Verantwortung dafür, egal wer ich bin, egal wo ich herkomme, egal was ich vorher konnte oder nicht konnte. Aber ich trage hier die Verantwortung und ich habe gewisse Dinge, die mir wichtig sind, gewisse Prinzipien, die ich verfolge. Und wenn ich sehe, dass du nicht dahinter stehst, dann müssen wir getrennte Wege gehen. Und so war es im Endeffekt. War auch nicht schlimm. Es wurde einfach in Gesprächen geklärt. Die Jungs sind dann ihren Weg gegangen. Wenn ich die heute sehe, hallo, wie geht's, alles klar, ganz normal. Das finde ich wichtig. Also nicht irgendwie, hey, ich bin eh nicht so ein Typ. Da hört man ja die wildesten Geschichten im Fußball. Ja, da gibt es viele. Also klar, ich sage jetzt nicht, es gibt auch gewisse Dinge, aber die Jungs, die ich trainiert habe dann, ich spreche jetzt speziell von diesen Jungs, klar gibt es andere Dinge, andere Freundschaften oder Gemeinschaften, die dann kaputt gehen, wenn man sich aus dem Weg geht, aus gewissen Gründen, weil jeder auch von anderen Sachen überzeugt ist oder auch seine eigene Sicht auf die Dinge hat. Es gibt immer zwei Seiten, aber jetzt speziell in dem Fall, mit den Jungs gesprochen habe, und dann haben wir uns getrennt. Und dann habe ich auch Spielern Chancen gegeben, die vorher nicht so eine Rolle gespielt haben und plötzlich haben wir so eine neue Dynamik entwickelt und haben dann eine gute Rückrunde gespielt. Wir wurden dann in der Rückrundentabelle Vierter, also Rückrundentabelle, Gesamttabelle nicht, aber wir haben in Klasse gehalten. Und das war eine gute Rückrunde. Wir hatten junge Spieler, wir hatten eine gute Mischung, wir haben wirklich auch langsam Erfolge, die ersten Erfolge gefeiert. Und auf Basis dieser Rückrunde haben wir dann aber jetzt rückblickend einen großen Fehler gemacht. Wir haben auf diese Entwicklung vertraut und dachten, okay, wir brauchen nicht so viele neue Spieler. Wir holen jetzt nur ein paar Mann, haben dann wirklich drei, vier Jungs dazugeholt, ein, zwei Junge dazugeholt und sind mit der Überzeugung in die zweite Landesligasaison gegangen, die dann sehr schwer lief und dann im Abstieg gemündet ist. Und auch, muss man ja ehrlich sagen, wenn man dann die letzten fünf Jahre waren es, glaube ich, oder vier Jahre der Landesliga, Grünweiß-Brauer da sieht, hat der Verein oder die erste Mannschaft es nie geschafft, sich irgendwie da festzusetzen. Im ersten Jahr nicht, nach dem Aufstieg lief es sportlich nicht gut, danach lief es sportlich nicht gut und als ich übernommen habe, lief es auch nicht gut sportlich. Das heißt, der Abstieg aus der Landesliga war vorprogrammiert, die logische Konsequenz und im Endeffekt muss man auch sagen, ja, verdient oder selbst verschuldet oder man hat es nicht geschafft. Ob man jetzt die Qualität nicht hatte als Trainer, ob man die Qualität als Mannschaft nicht hatte, als Verein, egal was auch immer, man hat es nicht geschafft. Und dann ist man abgestiegen und so skurril sich das anhört, das war aber auch trotzdem auch irgendwie, ich will nicht sagen, eine Befreiung. Aber es war für mich irgendwie auch so etwas, wie man will Schluss machen mit der Freundin, aber man schiebt es auf. Ist quasi die Bezirksligasaison, die jetzige, die aktuelle, quasi sowas wie eine Befreiung für dich. Nicht die Bezirksligasaison? Nee, ich meine... Sondern der Abstieg aus der Landesliga war für mich so, okay, jetzt fängst du bei Null an. Und jetzt hast du zum ersten Mal die Möglichkeit, etwas Eigenes zu starten. Also war es für dich eine Befreiung quasi? Ja, in Anführungszeichen. Ich weiß, ein Abstieg ist nie eine Befreiung. Nein, genau. Aber für dich persönlich war es dann so ein, sag mal, so ein Brustöff... Wie nennt man das nochmal? So ein Knotenöff... Ich weiß es nicht. Ja, es war, genau. Es war wirklich dann zu sagen, ich habe in der Landesliga, wie gesagt, ich bin Trainer geworden, ohne Vorerfahrung. Und ich glaube aber auch, dass einfach das in dem Umfeld und auch mit der Mannschaft, wie sie zusammengestellt war, sehr schwer geworden wäre, auch ein Trainer mit Erfahrung das nicht geschafft hätte, bin ich mir sicher. Oder fast sicher. Weil es einfach, wie gesagt, auch alles, was da... Du musst überlegen, du hast, wie gesagt, lange einen Trainer, ganz lange einen Trainer, der weg ist plötzlich. Das macht was dann auch mit einer Mannschaft und es ist sehr schwer, kurz danach Erfolg zu haben. Die Mannschaft wird dann neu zusammengestellt. Die Mannschaft ist aber auch keine richtige Mannschaft, wenn man ehrlich ist. Es gibt immer wieder hier und da Problemherde, die aufkommen. Und als dann der Abstieg aus der Landesliga dann besiegelt war im zweiten Jahr, klar, das war wirklich ein hartes Jahr. Weil du gehst jeden Sonntag nach Hause und, ja, du hast dann, klar, man sagt ja, man muss was abschütteln können, aber kannst du nicht. Darf ich? Das ist eine persönliche Frage, musste nicht darauf antworten, aber gab es in der Zeit Momente, wo du gesagt hast, boah, es geht nicht, ich muss aufhören? Also so Selbstzweifel, so Dinge, wo du gesagt hast, naja, hat man ja dann einfach. Also ich sag mal, wenn man das nicht hat, also ich kann mir das nicht vorstellen, wo du gesagt hast, ich rufe den an, ich sag, wir müssen Schluss machen. Also Selbstzweifel 100%, aber auch gleichzeitig immer wieder so ein Aufbäumen innerlich, also so ein nicht akzeptieren wollen und auch sagen wollen, okay, also auch vor allem die Dinge in den Kontext setzen, was sehr, sehr wichtig, glaube ich, auch war. Also ich bin schon ein Mensch, der auch, klar, mein Herz ist auch da, ich bin schon jemand, der eher im Kopf arbeitet, im Kopf denkt, auch rational, also egal was, ob es in Beziehungen ist oder war oder auch Freundschaften, schon eher ein Kopfmensch ist. Und ich wusste auch immer, das, was gerade passiert, das ist normal, das soll so sein. Also sei nicht so streng zu dir, ich habe auch, muss sagen, meine Familie auch immer, die hinter mir steht, die zu jedem Spiel kommt, ich da auch viel spreche und auch mit den Verantwortlichen im Austausch immer so bin und die auch vor allem die Geduld haben oder hatten und wissen, okay, das ist einfach gerade ein Schritt, eine logische Konsequenz aus allem. Deswegen sage ich im Nachhinein, wie gesagt, also der Abstieg, der hat zwar weh getan, aber ich hatte nicht dieses Gefühl, als wirklich feststand. Am Ende waren noch ein paar enge Spiele, wenn du unten stehst, klar, sagt man im Fußball immer so, läuft alles gegen dich, aber du hast Spiele, wo du denkst, boah, warum geht der Ball nicht rein? Warum kriegst du jetzt hier eine Karte? Warum passiert jetzt das? Aber am Ende, wenn du das über die ganze gesamte Saison siehst, kannst du nicht sagen, es lief alles gegen dich, sondern du hattest im Endeffekt die Qualität nicht. Was dann Qualität bedeutet, ist wieder eine andere Sache. Aber du hattest es nicht. Und weil meiner Meinung nach geht es im Fußball immer um Wahrscheinlichkeiten. Also alle Beteiligten, Trainer, Spieler, Verantwortliche, Physio, egal wer daran beteiligt ist, sogar Zuschauer, Familie, können ihren Teil dazu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg gesteigert wird. Ja. Genau. Das heißt, es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Also wie wird gearbeitet oder wie arbeitest du und wie kannst du vor allem arbeiten, um diese Wahrscheinlichkeit zu erhöhen? Du selber als Trainer und was kannst du als Spieler tun, um diese Wahrscheinlichkeit zu erhöhen? Und das war einfach in diesem Jahr so wie es war. Deswegen sind wir abgestiegen, weil wir das eben nicht geschafft haben. Und dann ist das Wort vielleicht Befreiung, hört sich komisch an, aber ich wusste, als der Abstieg besiegelt war, war ich nicht, dass ich sage, boah, jetzt ist alles vorbei. Das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte das Gefühl, jetzt geht es los. Ich will da nicht vorgreifen, aber das sieht man ja an der heutigen aktuellen Tabelle in der Bezirksliga-Staffel 3. Sieht man das ja. Auch da mit, jetzt darf ich das Wort mal benutzen in meinem Netzwerk, die du so befragst, wie siehst du denn das Spiel von Brauweiler? Es war keiner dabei, die gesagt haben, das ist so, sondern die sagen, 95 Prozent, die haben einen Plan, die wissen, was sie wollen. Darauf wollte ich hinaus, du bist abgestiegen, konntest dann ja für dich deinen Weg oder ich sage jetzt mal extra, das Trainerteam in Brauweiler konnte dann seinen Weg beginnen. Genau, absolut. Für mich war das so. Ich habe den, der Abo, der Co-Trainer ist auch ein langjähriger Freund von mir, der war natürlich die ersten zwei Jahre auch schon da, Landesliga, als ich Trainer war und dann haben wir wie gesagt, ich wusste am Tag des Abstiegs, jetzt fangen wir an. Für mich war das so, okay, jetzt legen wir los und dann auch wirklich frühzeitig begonnen, okay, du hast Spieler, die wollen gehen, lass die gehen. Jeder, der gehen möchte, soll gehen. Das ist auch heute noch, wenn ein Spieler zu mir sagt, ich möchte gehen, ich bin keiner, der irgendwie überredet. Das war da auch so, wir hatten da drei, vier Jungs, nee, ich möchte hier hingehen, ich möchte da hingehen. die waren nicht überzeugt von dem, die haben gesagt, nee, ich verlasse lieber hier das sinkende Schiff und dann sind die halt weg und wir haben dann wirklich einen großen Umbruch gehabt und wir wussten, ich habe wirklich dann auch letztes Jahr von Februar bis Juni meine gesamte Zeit, die ich neben der Arbeit und Familie hatte, wirklich auch reingesteckt. ich und auch die anderen Jungs, der Abu und auch dann der Nico Jansen, den wir dazu geholt haben, der auch dann spielender Co-Trainer immer noch ist. Wir haben da wirklich inklusive der anderen Leute sehr, sehr viel Zeit in diese Kaderplanung reingesteckt, weil ich von Anfang an ein Bild hatte davon, wie ich diese Mannschaft aufstellen möchte und was die nächsten Jahre hier passieren soll. Und da waren für mich gewisse Sachen, Faktoren halt ausschlaggebend. Schöne Vorlage. Erwartungen, Ziele, also was sind so deine persönlichen, ich sage jetzt mal Ziele. Klar, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, man ist Zweiter, mit Zülpich, Kopf an Kopf, Dritter ist, weiß ich jetzt gar nicht. Horem ist Dritter, wieder Marok Vierter, aber ein Spiel weniger. So, aber gehen wir mal auf Ziele, die du hast. Aktuell auf die Saison bezogen? Oder generell als Trainer? Generell als, klar, aktuelle Saison, sage ich einfach, wer jetzt, in diesem jetzigen Zeitpunkt da steht und sagt, oh nö, wollen wir nicht, dem glaube ich das nicht. Klar, dein Ziel wird mit Sicherheit sein, jetzt gerade sportlich aufzusteigen. Kein Selbstläufer, aber trotzdem. Aber deine, ja sagen wir, langfristigen Ziele? Ja, also mein langfristiges Ziel oder unsere langfristige, ich sage mal eher unsere, weil ich nicht der Einzige bin, der da verantwortlich ist, aber auch, klar, ich schon da versuche vorzugeben, was wir in der Richtung gehen wollen. Das aller, aller Wichtigste, eine, eine Gemeinschaft zu haben, ein Umfeld zu schaffen, in der, ähm, sich Jungs bewegen, die alle, größtenteils, oder so gut es geht, einen Bezug haben, zum Verein oder zur Mannschaft, das sei, also es kann bedeuten, ähm, Spieler, die bei uns in der Jugend gespielt haben, Spieler, die in der Nähe vom Verein, vom Platz wohnen, Spieler, die aus der Umgebung kommen, oder auch Spieler, die einen Bezug zur Mannschaft haben, sei es über andere Spieler oder was auch immer, aber das ist für mich der aller, aller wichtigste Punkt, so eine Gemeinschaft zu schaffen, die ein, ähm, die Ziele verfolgt, ja, die aber, ähm, unter gewissen Prinzipien und Werten sich bewegt, und diese Prinzipien und Werte auch lebt, vor allem, und auch die, die, diese dazugehörigen Phasen, egal ob das negative oder positive sind, gemeinsam durchsteht, ja, und das ist das, was, was wir schaffen wollen, oder was unser Ziel ist, so, und, ähm, das natürlich abhänge ich immer auch zum sportlichen Erfolg, ja, aber für mich, wenn ich, wenn ich weiß, ähm, ähm, oder wenn ich zurückgucken werde auf diese Zeit, mein Ziel ist, eine Zeit zu haben, die uns alle, die da, die daran beteiligt sind, verbinden wird für immer, und das ist so, dass, dass die Vision, die ich habe, oder die wir haben in Brauweiler, ne, und, ähm, da sind wir auf einem guten Weg, weil, wenn wir schauen, wie gesagt, wir haben den Kader jetzt vor der Saison sehr, sehr stark verändert, ähm, wir hatten jetzt in der Rückrunde schon gegen, ich glaube, gegen das Geerft war das, auch dann, ob es gegen Zülpisch war, weiß ich gar nicht, ich glaube gegen Zülpisch oder Erf, hatten wir einmal acht Spiele, acht Spiele aus der eigenen Jugend auf dem Platz, in der Startelf, einmal sieben Spiele aus der eigenen Jugend in der Startelf, ähm, das ist schon etwas, wo man sagt, okay, man macht irgendwas richtig, ne, natürlich alles in Abhängigkeit zum sportlichen Erfolg, ja, aber ich, für mich ist nicht das, das allein der Maßstab, ne, ob ich jetzt, klar, wenn wir jetzt da stehen, wo du sagst, und noch sieben Spiele haben, dann wollen wir natürlich versuchen aufzusteigen, ja, alles andere wäre jetzt Quatsch, hier zu sitzen und uns irgendwas zu erzählen, aber das alleine ist nicht, ähm, ist nicht der Maßstab, und ich glaube, ja, das ist so das, was wir, ja, was, was das, ich sag's jetzt mal, äh, Arbeiten natürlich auch wesentlich, äh, einfacher macht, als wenn man, ja, diesen, es gibt ja Mannschaften, die aufgrund ihrer Zusammenstellung und ihres Umfeldes einfach zum Aufstieg verdammt sind, ne, wollen wir jetzt gar nicht großartig die Kiste aufmachen, oder sowas, sondern einfach die, die wissen, wenn wir nicht aufsteigen, nächste Saison ein anderes Gesicht des Kalters haben. Steckt da auch ein bisschen der Erfolg von Bauweiler drin? Nicht, nicht diesen, diesen Druck zu haben, zu sagen, ja, wir müssen da hoch, sondern dass man sagen kann, hey, wir haben einen Plan, wir haben eine Vorstellung, wir haben, ich nenne es jetzt auch mal, so eine Vision, also ich habe gerade so ein bisschen rausgehört, wenn du irgendwann mal mit zwölf eigenen Jungs, oder mit zwölf Bauweiler Jungs, die die Schule Bauweiler durchlaufen haben, aufläufst und das Sportchen Erfolg hast, feierst du das innerlich? Klar, also ich feiere das schon, aber das höre ich jetzt, natürlich war das auch nicht so, diese Jungs, die ich gerade gesagt habe, acht Jungs, sieben Jungs, das sind nicht Jungs, die nur im Bauweiler gespielt haben. Nein, aber, aber mal oder, genau, das sind alles Jungs, die mal entweder ein Jahr oder auch länger in Bauweiler gespielt haben. Aber, und was man nicht vergessen darf ist, du hast es ja eben auch gesagt, es sind ja auch einige Jugendspieler in Bauweiler, das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, die haben alle nur mal irgendwo eine Vergangenheit, sondern, wenn ich, richtige mich, wenn ich falsch liege, sondern du bindest ja auch aktiv als Trainer Jungs aus dem eigenen Verein in die erste Mannschaft oder jetzt haben wir Bauweiler, glaube ich, auch eine U21 oder U23 und noch eine dritte, zweite, ja, ehemals dritte, jetzt zweite. Ich sag mal, es ist ja so ein bisschen Frechen-Style, diesen Übergang zu haben, also ist da ja auch schon so ein Auge auf der Jugend. Ja, absolut, klar, das ist so, zumindest in der Theorie so, die Umsetzung in der Praxis ist natürlich immer mit gewissen Hürden, ne, aber trotzdem ist das etwas, was der Verein versucht, ne, ob es jetzt mal gut oder schlecht klappt, ist eine andere Sache, aber gerade, wie du es sagst, es gibt ja Vorbilder, nicht Vorbilder, aber Beispiele gibt es dafür, wie du sagst, das Frechen 20 ist ein Beispiel dafür, ne, die damals mit uns noch in der Kreisliga A gespielt haben, jetzt die erste Mittelrhein-Liga, zweite Bezirksliga, dann hast du noch Kreisliga A, glaube ich, dritte oder U23, ne, was ein Beispiel dafür ist, ne, ich sag jetzt nicht, das ist unser Ziel, das in Brauer zu schaffen, aber, wenn man, wenn man halt, kontinuierlich einen gewissen Weg verfolgt, ne, und auch die Gegebenheiten nutzt, die man hat, dann kann man halt Ziele erreichen, wie die am Ende aussehen, wird man dann sehen, ne, also ich stelle mich jetzt nicht hier und sage, ja, wir wollen jetzt hier und dahin, ne, aber, was du eben angesprochen hast, klar, mit dem Druck, ne, den Druck haben jetzt irgendwie, du hast nicht den Druck aufzusteigen, ne, du machst, also ich bin schon jemand, der sich den Druck immer auch selber macht, ne, ja, nicht jetzt nur auf Aufstieg bezogen, aber ich, ich bin schon, also das war immer so bei mir, also, dass ich mich schon auch unter Druck setze. Ja, aber es ist für mich ein Unterschied, ob ich persönlich mich unter Druck setze, das mache ich auch, in jeder Trainingseinheit, die ich leiste, weil da will ich immer das Beste, ja, also das, was ich mitbringe, will ich meinen Jungs das Beste liefern, genauso möchte ich, dass wir im Spiel auch immer das Beste abrufen, also diesen Druck bringe ich ja mit, aber ich glaube, es ist dann immer mega gut, wenn du Leute hinter dir hast, oder, ich will jetzt nicht sagen, vorgesetzt, das gehört da nicht hin, aber Verantwortliche, die dir einfach sagen, ey, pass auf, tun wir, alles gut, mach dein Ding, also das ist schon, auch da müssen wir halt einfach sagen, da gibt es halt auch andere Vereine, und da finde ich, wenn man so arbeiten kann, mega gut. Ja, du sprichst es an, stimmt, klar, also da hast du auch 100% recht, es gibt genug Beispiele auch wieder dafür, wo es anders läuft, aber ich muss auch sagen, ich persönlich, ich kann nur für mich sprechen, ich persönlich auch, ich will nicht große Reden schwingen, oder irgendwelche Sachen vorhersagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo anders Trainer sein werde, also wenn jetzt ein Verein kommt, ich könnte mich selber, ich würde mich selber in so einem Verein nicht sehen, ich habe hier, wie gesagt, im Brauweiler was vor, was auch aktuell, sag ich mal, wo wir einen guten Weg eingeschlagen haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in fünf Jahren, zehn Jahren irgendwo anders auf einer Trainerbank sitze, weil ich auch vor allem, das ist auch ein Punkt, der Fußball ist eine Sache, die einem sehr viel geben kann, also sehe ich es, sehr viel geben kann, wirklich auch gegeben hat, in meinem Fall, aber gleichzeitig auch meiner Meinung nach eine Sache, die einem viel nehmen kann, weil ich bin schon jemand, der auch versucht, sich in anderen Bereichen des Lebens auch zu verwirklichen, also ich habe da auch Ziele und wenn man da, gibt es auch genug Beispiele, die sich da auch verlieren im Fußball, die auch da ihr Leben lang nicht mehr rauskommen, weil die auch dann, weil der Fußball für diese Menschen oder für die Personen dann auch der Halt ist in allem, die es also nicht schaffen, eine Familie aufzubauen, die es irgendwie nicht schaffen, auch sich beruflich vielleicht weiterzuentwickeln oder selber auch in anderen Bereichen des Lebens, also es kann ja alles sein, Politik kann sein, Kunst, vielleicht hast du ein anderes Hobby oder irgendwelche anderen Dinge zu entwickeln und deswegen glaube ich, wie gesagt, kann der Fußball einem auch viel nehmen und aktuell sehe ich mich nicht in zehn Jahren noch irgendwo auf der Trainerbank, aktuell, klar, ich will nie irgendwie Vorhersagen machen oder groß reden, aber deswegen, ich versuche einfach die Zeit zu genießen, mir macht das sehr Spaß gerade mit den Jungs, wie gesagt, das ist klar, Fußball immer abhängig vom sportlichen Erfolg, also ist ja keine Frage, wenn du da jede Woche verlierst, wie wir es die letzten Jahre hatten, dann macht es auch keinen Spaß, aber ich finde es halt einfach schön zu sehen, wenn man Pläne hat, Dinge hat, die man sich vornimmt, dass die dann auch funktionieren. Darf ich als Überschrift setzen, und du möchtest einfach ein gut, wie heißt das nochmal, gut bestelltes Feld hinterlassen? Ja, kann man so setzen, also vielleicht nicht für jemand anders hinterlassen, aber das hört sich so an, als würde ich jetzt einfach Sachen vorbereiten, das einfach hinterlassen, aber doch, kann man so sagen, klar. Also sportlicher Erfolg ist ja dann nachher immer, wird ja mit Namen verbunden. Ja. Wenn man Brauweiler einfach mal guckt, oder wir gehen jetzt mal die letzten zehn Jahre Brauweiler durch, da kann man jetzt völlig wertfrei, ohne dies, das, jenes, wird man immer in Verbindung mit Junid Karaccia setzen. Hundert Prozent, ja. Wenn man nach Germania Gein geht, da ist es Björn Efferts. Genau. Also das wird halt immer... Also zumindest, klar, junge Vergangenheit, es gibt ja auch andere Beispiele, zum Beispiel gibt es einen Brauweiler, der Christian Goreck, der es auch geschafft hatte, von der Kreisliga C bis in die Landesliga, dann gibt es den Junid, der es einen Brauweiler gemacht hat. Gibt es andere Beispiele, gibt es einen Paul Esser in Erftstadt, der das gemacht hat. Guckt nach Königsdorf. Königsdorf, der Albert, genau, der hat da auch seinen Weg, es hat da, genau, es gibt viele Beispiele dafür, Mischa Skoczinski in Frechen, also viele Namen, die das einfach, klar. Also das wäre doch schon mal ein Privileg, wenn man in zehn Jahren diesen Podcast nochmal hört und einfach sagen kann, ja, da war ein Trainer in Brauweiler, der hat was hinterlassen, weil das gehört halt auch zum Fußball dazu, es gibt viele Trainer, die haben halt nichts hinterlassen, was jetzt, ich meine das nicht despektierlich und auch nicht wertend nehmen, sondern einfach, wo man einfach nichts hat und ich finde es, ist das nicht eigentlich schöner, also klar, ein Aufstieg ist immer cool, aber wenn die Leute sich an zehn Jahre oder fünf Jahre Trainer sein erinnern, ist das nicht, ich will nicht sagen, Mehrwert ist blöd, aber das ist doch auch Privileg, oder? Ja, genau, also das stimmt, das wäre natürlich schön, wenn das so wäre im Endeffekt, also das ist auch ein Privileg, ich muss auch sagen, klar, man hat auch, man muss auch die Energie dafür aufbringen können, also das ist auch ein großer Faktor. Glaubst du, also das, was ich jetzt auch rausgehört habe, ist, dass du, du steckst ja unheimlich viel da rein, ich sage jetzt mal, nicht nur in das Trainer sein, sondern allgemein in dieses, auch hier nicht böse sein, wenn ich das sage, in dieses Brauweller-Ding. Ja, doch, ist so, ja. Glaubst du, dass der Tank da noch irgendwann mal leer ist? Dass das auch schon so ein bisschen, also wenn man, man ist ja immer am Limit, also ein Trainer, der zu mir sagt, ach, ich kriege das so smooth hin, glaube ich nicht. Nee, also absolut nicht. Das ist, wie du sagst, klar, der Tank, den spürt man, man spürt den Verbrauch, man spürt die Umdrehungen, das spürt man alles, das spürt man mental, auch körperlich, also 100%. hast du einen Tipp für mich, wie man so zwischen den Tagen den Tank wieder vollkriegt? Also ich sag mal, du hast jetzt ein Dreiviertel leer und dann machst du ja für dich bestimmt irgendwas. Den Tank vollkriegt. Der Tank vollkriegt. Den Tank vollkriegt? Also Wir sind heute hier voll irgendwelchen Metaphern am rumhüpfen. Ja, ich kann Nee, du machst ja bestimmt irgendwelche Sachen für dich, wo du einfach Klar, für mich ich bin Familienmensch, in erster Linie, also meine Familie ist für mich auf jeden Fall ein riesen Anker, meine Eltern, mein Bruder, meine Freundin auf jeden Fall auch, die mich da unterstützt. Meine Freunde auch, mein Umfeld, klar, das ist ein gefestigtes Umfeld, das sind Leute, die ich schon lange kenne, mit denen ich mich lange auch, ja, wir kennen uns einfach alle lange und aber unabhängig davon gibt es den Tank, der nur in mir ist, der für mich ist. Die können da auch was reinfüllen, aber ich muss auch selber dafür sorgen und für mich ist das natürlich als jemand, der immer Fußball gespielt hat, der Sport. Ich versuche das mir fehlt das extrem, muss ich sagen, also das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, das ist für mich, das ist eigentlich das Schwierigste an der ganzen Sache gewesen, dass ich von heute auf morgen nicht mehr einfach meine Tasche packen konnte, meine Schuhe sauber mache und dann meine Klamotten raussuche, meine Handschuhe zu Schuhen passen, perfekt angezogen, alles perfekt, alles bestimmt, auf den Platz gehen und jemand macht das Training und dann noch ausgepowert nach Hause kommen, das fehlt mir extrem, plus noch im Team, das heißt, zu der Zeit, wo ich mein Leben lang Sport gemacht habe, bereite ich jetzt Sport für andere vor, das ist den Fußball für andere vor, das heißt also, in der Dichte, die ich sowieso an Zeit für den Fußball opfere, ich noch andere Zeit aufbringen muss, um Sport zu machen und das ist ein Kampf, den ich weder verloren noch gewonnen habe, der geht immer weiter, das heißt, ob es da mal Joggen ist, versuche ich mal so das zu machen, dann läuft es mal gut, im Fitness mal ist, läuft es auch mal gut, ich mache immer was, ich schaffe es zweimal die Woche zumindest, nichts, wo ich jetzt sage, ich sehe jetzt dadurch toll aus, aber alles wirklich für den Kopf und so mache ich meinen Tank voll. Also das ist wirklich bei mir das, wo ich sage, ich brauche das alleine, ich gehe in den Wald, ich wohne in der Nähe vom Wald, laufe dann da rein oder ich gehe ins Fitnessstudio, ziehe mal den Kopfhörer an und power mich aus ein bisschen. Das ist für mich der Tank wirklich, also ja. Ich finde es gut. Tuna, ich weiß, wir könnten noch ewig lange, aber es gibt noch eine Sache, die mich brennend interessiert, Tag X, wo du angefangen hast, Tag Y, wo wir heute sind, wie viel hast du Veränderungen in dir? Ich meine jetzt nicht als Mensch, sondern rein Trainer. Als Trainer. Wie viele Veränderungen sind in dir da? Das meine ich jetzt nicht, Matt, ich weiß jetzt, was eine flache Raute ist, sondern einfach als Trainer, mir kann keiner erzählen, dass man nicht Sichtweisen ändert, dass man nicht Dinge, wie viel hat sich bei dir verändert? Von dem Tag, wo du angefangen hast, zu dem heutigen Tag? Ja, ich würde sagen, es hat sich andauernd viel verändert. Also es war ja nicht so, dass ich sagen kann, es haben sich die und die Dinge verändert, sondern von dem Tag, wo ich angefangen habe, bis heute, hat sich andauernd etwas verändert, weil alles, was ich da erlebt habe, Erfahrungswerte waren und ich auch, ja, wo soll ich anfangen? Also, wo ich, glaube ich, vom ersten Tag an bis heute sagen kann, dass das der Punkt ist, der, wo ich ja immer verlässlich bin, ist die Trainingsvorbereitung. Also Trainingsvorbereitung war immer vom ersten Tag an gut, glaube ich, aber die Inhalte nicht gleich waren. Also da auch ein Gefühl für zu bekommen, was machst du wann mit den Jungs, was trainierst du wann? Und vor allem auch zu lernen, da habe ich lange für gebraucht, die Geduld oder zu akzeptieren, dass man nur drei Tage Training hat, in Anführungszeichen, obwohl wir die Mannschaft sind, die in der Liga, glaube ich, die Einzige, die dreimal trainiert. Also alle anderen Mannschaften trainieren, glaube ich, nur zweimal in der Bezirksliga. Aber dann zu akzeptieren oder zu sehen, okay, du hast nur drei Einheiten, es braucht da einfach eine gewisse Geduld, um die Dinge auch, dass auch da Früchte tragen oder etwas blüht, sage ich mal. Und da habe ich lange viel gebraucht, weil ich habe lange den Fehler gemacht, das Training zu voll zu packen, auch in den ersten ein, zwei Jahren. Wirklich, ich wollte zu viel machen. Und da habe ich gemerkt, nee, du machst das, also das bewirkt nämlich genau das Gegenteil, weil du hast ja einen Plan, du willst am liebsten alles trainieren, aber vergiss dabei, dass die Jungs auch nur Menschen sind und auch Zeit brauchen, gewisse Sachen aufzunehmen, dann die Geduld aufzubringen, auch wirklich zu sagen, okay, das dauert jetzt, das braucht seine Zeit, weil du hast natürlich eine Vision, Vorstellung, aber das auch dann im Einklang zu bringen, war halt schwer. Das war ein Punkt, natürlich dann der Umgang mit den Jungs, wo ich nie eigentlich jemand war, der irgendwer da was vorgespielt hat. Ich bin auch, glaube ich, keiner, der sich selber zu wichtig nimmt oder selber in den Vordergrund stellt oder auf künstlich den Jungs versucht, irgendwie krampfhaft, Autoritätspersonen oder was auch immer. Ich habe meine Prinzipien, die Jungs wissen, wofür ich stehe, aber ich bin halt gleichzeitig auch so, wie ich bin. Ich glaube, das ist halt der wichtigste Punkt, das muss ich auch lernen, dass du da, es gibt halt, also natürlich lerne ich viele auch kennen, viele Trainer, wo ich auch immer denke, so, ah, wo Ego viel eine Rolle spielt. Ja. Ich glaube, klar, jeder hat sein Ego, aber ich glaube nicht, dass es bei mir ein großer Faktor ist, dass ich irgendwie, wie gesagt, den Vordergrund drängen will oder den Jungs erzählen will, wie toll meine Taktik heute, meine Spielvorbereitung. Nee, die wissen, die können sich darauf verlassen, dass wir in jedes Spiel vorbereitet gehen, dass ich aber auch die richtige Dosierung, glaube ich, der Vorbereitung habe, weil wenn du dich da hinstellst und 20 Minuten über den Gegner redest, kann das auch hemmen. Definitiv. Und das muss auch immer im Kontext zu dem stehen, was man macht. Wir spielen Bezirksliga, ja, wir sind keine Profis, also das sind auch Dinge, die ich lernen musste. Auch gewisse Dinge auch mal laufen zu lassen, aber gleichzeitig auch musste ich lernen, gewisse Grenzen zu setzen, was auch lange gedauert hat und nicht lange, aber auch eine gewisse Zeit gebraucht hat. Dass die Jungs auch verstehen, okay, es gibt Regeln, es gibt Werte, nach denen wir uns bewegen wollen und wenn jemand diese Werte missachtet oder diese Grenzen oder diese Regeln halt bricht oder diese Grenzen überschreitet, auch zu sagen, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter. Natürlich bei dem einen Spieler im Vier-Augen-Gespräch, bei dem einen vielleicht auch mal auf dem Platz vor der ganzen Mannschaft. Ja, das sind so Dinge eigentlich und auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ich die Jungs auch anpacke, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen, dass die Jungs auch da wissen, okay, wenn ich was sage, auch mal Kritik äußere, dass die das auch in den richtigen Kontext setzen können. Das sind so alles Dinge, die sich mit der Zeit verändert haben. Also 100 Prozent. Auch natürlich, klar, auch im taktischen Bereich, keine Frage, sind auch Dinge. Ja, und auch ein Gefühl für die Sonntage. Das ist auch ein Punkt, wo ich sage, das hat sich auch, hat auch eine gewisse Zeit gebraucht. Also so ein Gefühl, mit Gefühl sage ich für die Sonntage, das Gefühl im Spiel. Auch, weil du natürlich innerhalb von Sekunden, du hast natürlich einen Plan fürs Spiel, aber du machst dir einen Plan. Aber natürlich bereitst du dich darauf vor, was passiert, wenn wir führen. Was passiert in der und der Minute. Was machst du, wenn wir in Rückstand geraten. Welche Spieler brauchst du in der und der Phase. Du machst dir über alles Gedanken, aber du hast manchmal auch Gefühle, Instinkte als Trainer. Und ich glaube, dass man diese Instinkte auch nicht vernachlässigen darf. Also nicht immer zu sehr nach Plan zu handeln. Da habe ich auch gemerkt, dass diese Instinkte auch wichtig sind, die man hat, die man vorher in der Vorbereitung nicht hat. Du hast die in der Vorbereitung nicht, weil du auf dem Papier etwas vorbereitest. Aber in dem Moment, wo das Spiel läuft, hast du die. Und da ist auch wichtig darauf zu hören. Das sind alles so Dinge, ja, auf deine Frage, war ja durcheinander ein bisschen, aber. Nein, ist gut. Ich sag's dir, wie es ist. Ich hab das, ich weiß nicht, ob ich das hier in einem Podcast schon mal gesagt habe, dieses Medium hier, das nutze ich für mich ja auch, um zu lernen. Ja. Ich sag's mal, wie es ist, in Jupp Farkas, dich mit dem über Fußball auszutauschen. Du darfst in einem Lexikon des Fußballs, darfst du blättern. Ja. Du darfst bestimmte Dinge in diesem Lexikon, darfst du dir durchlesen. Und genauso ist es jetzt bei dir auch. Du hast eine Erfahrung gemacht, auch wenn man sagt, ja, du bist doch selber Trainer. Man hört da so ein paar Dinge raus. Ich hab nämlich für mich auch gesagt, du bist mit dem Lernen als Trainer nie fertig. Nie. Also du wirst immer neue Dinge kriegen, neue Denkweisen, neue Aspekte von, weiß ich nicht, wie du es gesagt hast, Gefühle. Na, ich stehe es am Spielfeldrand und warum sollst du deinem Gefühl als Mensch, wie du gerade eine Situation erlebst, nicht auch mal folgen? Weil in irgendeinem Lehrbuch steht, ja, das ist jetzt so und so und da musst du so und so reagieren. Ich glaube, das hast du schön gesagt und da bin ich auch ehrlich, das soll jetzt eben pop, dass man auch mal sagt, hey, das ist jetzt dein Gefühl als Trainer, ja, da musst du auch mal folgen. Ob es jetzt nachher richtig oder falsch ist, drauf geschissen, weil, ich bin mir hundertprozentig sicher, heute, als Trainer lernst du immer, immer weiter. Also spürst du das auch, sagst du? Definitiv. Allein die Charaktere, die du in einer Mannschaft hast, die stellt dich, jeder Charakter oder jeder Spieler stellt dich vor eine Herausforderung. Mein Empfinden. Wie du es gerade sagtest, du kannst mit dem einen reden, ich sag es mal so, wie mit dir Schnabel gewachsen ist, wie ein Köter auf der Straße, der braucht das und den anderen musst du halt wie ein Geigenspieler musst du halt ansprechen. Und dann kommt wieder ein anderer, der braucht diesen Mix. Das ist nur als Beispiel. Und das habe ich jetzt für mich in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen gemerkt. klar, musst du auch ein bisschen Schauspieler sein. Also ich verstelle mich, will mich ungerne verstellen, aber manchmal musst du halt auch so ein bisschen Hogwarts-like den Zauberstab schwimmen. Ja doch, das hast du recht. Und dieses Lernen, das ist halt auch das, was mich mittlerweile an diesem Trainerjob so interessiert. Immer wieder vor neuen Herausforderungen zu stehen. Immer wieder, ja, sich auch selber zu hinterfragen. Jetzt nicht negativ. Wie war dein Tag? Wie war dein, war die Ansprache nicht gut? Wie hast du dich vorbereitet? Du hast eben was Schönes gesagt, was ich zum Beispiel nicht mehr mache, ist den Gegner stark reden. Habe ich auch so. Ich habe eben früher immer gesagt, so, ja, wir müssen aufpassen, die haben den und den und den und den. Genau zum Gegenteil geführt. Ja. Und das, das meine ich damit. Es ist schön, wenn man dann diesen Austausch in diesem Medium hat mit Trainern, die dann, die bringen dir ja Wissen mit. Und dieses Wissen sauge ich auf und sage, Ja, das ist schön. Da mache ich einen Mix draus aus allem, was ich brauche, weil ich bin mittlerweile auch, also ich lese unheimlich viel, ich lese auch super gerne, aber wie gesagt, der Austausch mit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Trainern, Typen wie dir oder die anderen Trainer, die schon hier waren, das ist eigentlich das, was an Wissen weitergeht. Ja, jetzt haben wir hier zweieinhalb Stunden. Ja, könnte, ich verflogen, es gibt ja noch genug, wo man sprechen möchte, aber aufgehoben ist sich aufgeschoben, wir werden mit Sicherheit nochmal zusammenkommen, weil ich, mein Gefühl sagt mir gerade, dein Weg ist noch lange nicht vorbei und da wird in Brauweiler bestimmt was Schönes, Gutes entstehen. Auch wenn das der eine oder andere nicht glauben mag, ich habe immer noch schöne Erinnerungen an Brauweiler, ich habe da eine unfassbar tolle Truppe gehabt, meine Jungs haben in Brauweiler gespielt, ich selber komme aus Brauweiler, deshalb wird mein Auge auch immer Richtung Brauweiler schielen. Ich wünsche euch auch ganz echt den Aufstieg, nicht nur, weil du heute hier sitzt, sondern ich glaube, weil es alle in Brauweiler irgendwo verdient haben. Ja, also muss ich auch sagen, Christian, also danke für die Einladung erstmal, ich finde das super, dass du das hier machst. also klar, sagst du, da steckt auch ein bisschen Motivation für dich dahinter, auch mit Trainern zu unterhalten, mit anderen Menschen zu unterhalten, was sehr schön ist, aber auch generell muss ich sagen, also muss man Respekt davor haben, wenn Menschen etwas machen, wo sie was bewegen, ja, das machst du hier. Ich hoffe. Genau, das machst du hier, ja, du bringst Leute zusammen, du gibst auch Leuten die Möglichkeit, ja, sich zu äußern. Genau, was mir da sehr, sehr wichtig ist, ich glaube, hatten wir das schon in der Aufnahme oder haben wir das im Vorgespräch gehabt, den Leuten in unserem Bereich, Amateurbereich, auch mal so ein bisschen ein Gesicht zu, klar, Gesicht meine ich jetzt, so als Plakat, als Bild gemalt, wer ist das? Ja, ja. Ein FUPA-Profil sagt halt nur aus, wie lange du gespielt hast. Ein FUPA-Profil sagt nicht aus, wo hast du Fußball gelernt oder wo hast du, mit wem hast du gespielt und diese Geschichten, darum geht es ja eigentlich. Ja, das ist schön, dass du einmal so eine Tür öffnest und diese Türen können auch immer unterschiedlich sein. Hoffentlich sind sie auch so. Müssen auch so sein, deswegen finde ich das schön, dass du das machst, auf jeden Fall. Und klar, wahrscheinlich werden wir uns auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren. Definitiv nicht. Keine Frage und danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Ich habe jetzt meinen weltberühmten Satz, habe ich vergessen, weil ich sage eigentlich immer, ich halte jetzt die Klappe. Okay. Mein Gast hat wie immer das letzte Wort. Also das dann. Habe ich schon zu früh, zu früh. Das habe ich jetzt eben gesagt. Nein, von meiner Seite, ich weiß, wie stressig der Trainerjob ist und dass es nicht immer einfach ist, einen Tag in der Woche rauszunehmen, weil das war eben die Frage. Diese Tage, die man für sich dann hat, ich fange auch mittlerweile an, also heute opfere ich die gerne, aber so Tage, wo man dann eigentlich, wir haben es im Fußball gehabt, eben haben wir das gesagt, so ein Länderspiel gegen eine Trainingseinheit tauschen, fällt mir schwer. Und ich habe riesen Respekt vor meinen Gästen, vor den Leuten, die sagen, ich komme, weil ich weiß, sie opfern dann die Zeit mit dem Sohnemann, mit der Frau oder mit was ist. Und deshalb auch hier, gerade speziell an dich, ein Riesendanke, aber auch an den Restlichen, die schon da waren, nochmal ein Danke. Und ja, ich sage jetzt einfach, ich halte die Klappe, die letzten Worte gehören dir. Ja, ich habe eben schon damit angefangen, dann mache ich es jetzt nochmal auf die Art und Weise, wie gesagt, aber danke für die Einladung. Ich finde das schön, dass du das hier machst. Generell muss man Respekt davor haben, wenn Leute etwas machen, was bewegen wollen oder auch aus welchen Gründen auch immer etwas machen, sei es jetzt im Fußball oder außerhalb des Fußballs. Deswegen ist das eine schöne Sache. Und dann auch die Einladung von dir, da ich auch dann direkt zugesagt habe, weil ich gesagt habe, klar, schlage ich nicht aus, die Einladung. Und dann auch, dass wir uns mal kennenlernen, unterhalten können. Deswegen war es schön, hier zu sein. Und denke ich, wir werden uns nicht aus den Augen verlieren. Man sieht sich auf jeden Fall mal wieder. Und wünsche dir auch alles Gute hier und hoffe, dass du hier weiter viele Gäste hast und auch vor allem, genauso wie es andere Wege sind, vielleicht, dass du auch hier in einigen Jahren anders auf die Zeit guckst und vielleicht auch schon nochmal einen Schritt nach vorne machst. Kann ja auch sein. Also, dass dieses Medium auch genauso, wie es in seinen Anfängen jetzt sich verändert hat, noch weiter verändern wird, bin ich von überzeugt. Und deswegen, ja, danke dir auf jeden Fall. Gerne. In diesem Sinne, ja, das war's. Tschüss. Ja. Boah. Ja, das war's. Ja, Bis zum nächsten Mal.